50 Gründe, Kreuzfahrten zu hassen, von Christoph Schlienkamp Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, willkommen an Bord unseres literarischen Kreuzfahrtschiffs, das sich auf eine etwas ungewöhnliche Reise begibt. Anstatt die typischen Schönheiten und Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt zu preisen, werfen wir hier einen humorwollen Blick auf die weniger glamourösen, oft übersehenen oder verschwiegenen Aspekte dieser beliebten Urlaubsform. Bevor wir die Anker lichten, eine kleine Warnung, dieses Buch ist mit einer kräftigen Prise Humor und einer guten Portion Übertreibung gewürzt. Es soll keineswegs die Freuden und die vielen positiven Erlebnisse schmälern, die Kreuzfahrten zweifellos bieten können. Vielmehr ist es eine Einladung, über die Skurrilitäten und Eigenarten dieser schwimmenden Riesen zu schmunzeln, die für manche die ultimative Form des Reisens darstellen, für andere jedoch eine Quelle endloser Frustrationen sein können. Jeder der 50 Gründe, Kreuzfahrten zu hassen, beleuchtet auf humorvolle Weise die kleinen und großen Ärgernisse, die man auf einer Kreuzfahrt erleben kann. Von den ewigen Kämpfen um Liegestühle und Buffetplätze bis hin zu den Herausforderungen der Seetüchtigkeit und dem Mysterium der verlorenen Koffer wir erkunden die Tiefen und Untiefen des Kreuzfahrtlebens. Dabei ist es unser Ziel, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, vielleicht sogar ein herzhaftes Lachen zu entlocken, während wir gemeinsam durch die manchmal turbulente Sie der Kreuzfahrterfahrungen navigieren. Es ist wichtig zu betonen, dass dieses Buch nicht die Absicht hat, jemanden zu verärgern oder die harte Arbeit und das Engagement der vielen wunderbaren Menschen, die in der Kreuzfahrtindustrie tätig sind, herabzuwürdigen. Wir erkennen an, dass Kreuzfahrten für viele ein Traumurlaub sind und respektieren die Leidenschaft, die so viele für diese Art des Reisens hegen. Als Autor dieses Buches lade ich Sie ein, sich mit einem Sinn für Humor und Abenteuer auf diese Reise zu begeben. Mögen Sie am Ende dieser Lektüre die Kreuzfahrten mit einem Augenzwinkern und einer neuen Perspektive betrachten. Ob Sie ein Kreuzfahrtliebhaber, ein Skeptiker oder einfach nur jemand sind, der nach einer heiteren Lektüre sucht, ich hoffe, dass Sie Freude an dieser etwas anderen Kreuzfahrt finden. Also, lassen Sie uns den Anker lichten und in die Welt der 50 Gründe, Kreuzfahrten zu hassen, eintauchen. Gute Reise Hilden, April 2024, Christoph Schienkamp Einleitung Wenn man an Kreuzfahrten denkt, kommen einem oft Bilder von strahlendem Sonnenschein, endlosen Buffets, exotischen Landausflügen und entspannten Tagen auf dem offenen Meer in den Sinn. Es ist ein Traum, der von unzähligen Reisebroschuren und Werbespots verkauft wird, eine nahezu perfekte Flucht aus dem Alltag. Doch wie bei vielen Dingen im Leben hat auch die glitzernde Welt der Kreuzfahrten ihre Schattenseiten, ihre nicht so glamourösen, manchmal sogar frustrierenden Momente, die in den Hochglanzprospekten selten Erwähnung finden. In 50 Gründe, Kreuzfahrten zu hassen, tauchen wir tief in diese weniger diskutierten Aspekte ein. Diese Einleitung soll als Ihr Reiseführer dienen, der Sie durch die verschiedenen Kapitel dieses Buches navigiert. Hier werden wir die häufigen Missverständnisse und unerwarteten Realitäten aufdecken, die viele Reisende auf dem Weg durch die Weltmeere erleben. Dieses Buch ist nicht nur eine Sammlung von Beschwerden oder Anekdoten. Es ist eine ehrliche, aber humorvolle Betrachtung des Kreuzfahrterlebnisses. Wir beleuchten die alltäglichen Ärgernisse und die kuriosen Situationen, die sich auf einem Kreuzfahrtschiff ereignen können. Von den kleinen Kabinen, die uns an unsere Studentenwohnungen erinnern, bis hin zu dem mysteriösen Verschwinden von Liegestühlen wir decken alles ab. Es ist wichtig, diesen Text im richtigen Kontext zu sehen. Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, die mit einem Augenzwinkern auf das Leben blicken können. Es soll nicht abschrecken, sondern unterhalten, zum Nachdenken anregen und vielleicht sogar ein wenig aufklären. Wir wollen das Kreuzfahrterlebnis nicht schlecht machen, sondern vielmehr die humorvolle Seite der kleinen Unzulänglichkeiten beleuchten, die jedem Reisenden begegnen können. Egal, ob Sie ein erfahrener Kreuzfahrer sind, der sich in vielen der beschriebenen Szenarien wiederfindet, oder jemand, der noch nie einen Fuß auf ein Kreuzfahrtschiff gesetzt hat und neugierig auf das ist, was hinter den Kulissen passiert, ich lade Sie ein, sich zurückzulehnen, zu entspannen und diese etwas andere Kreuzfahrt zu genießen. Wir garantieren keine ruhige Sie, aber wir versprechen eine unterhaltsame Reise. Kapitel 1 Der Kampf ums Buffet ein Schlachtfeld mit Besteck Das erste Kapitel unserer Kreuzfahrt beginnt dort, wo für viele die größte Freude und zugleich die größte Herausforderung wartet, am Buffet. Das Buffet auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein Phänomen, das seinesgleichen sucht. Es ist das kulinarische Herzstück jeder Seereise, ein Ort des Überflusses, der Versuchungen und wie wir bald sehen werden der subtilen Kämpfe und Strategien. Stellen Sie sich vor, Sie betreten den Speisesaal, die Augen funkeln bei dem Anblick der endlosen Auswahl an Speisen. Von frischen Meeresfrüchten über haufenweise Pasta bis hin zu einer verlockenden Auswahl an Desserts das Buffet ist ein Traum für jeden Gourmet. Aber warten Sie! Bevor Sie sich Ihren Traumteller zusammenstellen können, müssen Sie sich durch eine Menge von Mitreisenden kämpfen, die alle das gleiche Ziel haben, das beste Essen zu ergattern, bevor es jemand anderes tut. Hier beginnt ein ungeschriebenes, aber universell verstandenes Spiel. Es ist ein Tanz der Teller, eine Choreografie des Chaos. Manche Gäste gehen taktisch vor, beginnend mit den Vorspeisen, methodisch vorarbeitend bis zu den Hauptspeisen. Andere stürmen direkt auf die begehrtesten Delikatessen zu, oft unter missbilligenden Blicken derer, die geduldig in der Schlange warten. Doch das wahre Spektakel findet an den beliebtesten Stationen statt. Nehmen wir zum Beispiel die Krabbenbeinstation. Hier versammeln sich die hartgesottenen Buffet-Krieger, ausgerüstet mit Zangen und einer unerschütterlichen Entschlossenheit. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, und schon sind die besten Stücke weg, erbeutet von einem flinkeren Mitstreiter. Und dann gibt es da noch die Frage des Timings. Zu früh zum Buffet zu gehen, bedeutet, sich mit der Vorhut der hungrigen Massen zu messen. Zu spät zu kommen, birgt das Risiko, dass von Ihren Lieblingsspeisen nur noch Krümel übrig sind. Es ist ein delikates Gleichgewicht, das Fingerspitzengefühl und ein gutes Timing erfordert. Aber keine Sorge, auch wenn Sie im ersten Anlauf nicht erfolgreich sind, das Buffet ist geduldig und füllt sich immer wieder auf. Es ist ein endloses Spiel, das jeden Tag aufs Neue gespielt wird. Ein Spiel, bei dem manchmal nicht der hungrigste, sondern der geschickteste gewinnt. In diesem Kapitel haben wir uns durch die belebten Gänge des Buffets geschlängelt und einen Blick hinter die Kulissen dieses täglichen Rituals auf sie geworfen. Es ist ein Erlebnis, das ebenso frustrierend wie faszinierend sein kann, und das auf humorvolle Weise zeigt, wie unterschiedlich wir alle mit der Herausforderung des Überflusses umgehen. Kapitel 2 Kabinen-Klaustrophobie Wo persönlicher Raum zur Legende wird Nachdem wir uns durch das kulinarische Schlachtfeld des Buffets gekämpft haben, wenden wir uns nun einem der intimsten Aspekte einer Kreuzfahrt zu. Der Kabine Die Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff ist mehr als nur ein Schlafplatz, sie ist ein Rückzugsort, ein privates Refugium oder zumindest sollte sie das sein. Die Realität kann jedoch anders aussehen. Betreten wir gemeinsam diese oft erstaunlich kleinen Räume, die mit einer gewissen Effizienz gestaltet sind. Es ist ein bisschen wie Tetris mit Möbeln Alles passt genau, mit kaum einem CM zu verschwenden. Für manche ist dies eine gemütliche, kuschelige Umgebung, für andere fühlt es sich an wie Kabinen-Klaustrophobie. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die Tür zu Ihrer Kabine und werden von einem Raum begrüßt, der kaum größer als Ihr Wohnzimmer zu Hause erscheint. Das Bett dominiert den Raum, während ein kleiner Schreibtisch, ein Schrank und vielleicht ein Stuhl geschickt in den verbleibenden Raum gequetscht sind. Der Weg zum Fenster, wenn es eines gibt, ist ein geschicktes Manövrieren um das Bett herum, das gleichzeitig als Sofa, Esstisch und manchmal als zusätzliche Schlafstätte für einen Mitreisenden dient. Das Badezimmer verdient eine eigene Erwähnung. Oft nicht größer als eine Telefonzelle, ist es ein Ort akrobatischer Fähigkeiten. Duschen, Zähneputzen und Umziehen erfordern eine Flexibilität, die man sonst nur von einem Zirkusartisten erwarten würde. Und dann ist da noch das Phänomen des verschwindenden Fußbodens. Kaum haben sie ihren Koffer geöffnet, schon ist der gesamte Bodenraum verschwunden, bedeckt von Kleidung, Souvenirs und jenen mysteriösen Gegenständen, die irgendwie immer den Weg in ihr Gepäck finden. Doch inmitten dieser räumlichen Herausforderungen gibt es auch Momente der Freude und Gelassenheit. Die Kabine wird zu einem gemütlichen Kokon, einem ruhigen Ort inmitten des geschäftigen Lebens auf dem Schiff. Manche finden sogar Gefallen an dieser minimalistischen Lebensweise, die uns zwingt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. In diesem Kapitel haben wir die engen Grenzen der Kreuzfahrtschefkabine erkundet, ein Raum, der ebenso für Gemütlichkeit wie für Raummanne stehen kann. Es ist ein Blick auf das Leben in Miniatur, ein Abenteuer in einem kleinen Raum, das uns manchmal an unsere Grenzen bringt, aber auch zeigt, wie wenig wir eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. Kapitel 3 Meeresschwankungen und der Kampf gegen die Seekrankheit Vom beengten Raum der Kabinen wenden wir uns nun einer weiteren häufigen Begleiterscheinung von Kreuzfahrten zu, der Seekrankheit. Dieses Kapitel führt uns durch die schaukelnden Hallen des Schiffes, wo der Kampf gegen die Übelkeit eine eigene Art von Seefahrertradition darstellt. Die Seekrankheit, oder wie ich sie gerne nenne, das nautische Nicken, ist eine Erfahrung, die so alt ist wie die Seefahrt selbst. Sie tritt auf, wenn unser inneres Gleichgewichtssystem durch die ständige Bewegung des Schiffs durcheinandergebracht wird. Das Ergebnis Ein Gefühl, als ob man auf einer nie endenden Achterbahnfahrt feststeckt. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern über das Deck, genießen die Meeresbrise, und plötzlich spüren Sie es dieses leichte, unangenehme Gefühl im Magen. Sie versuchen, es zu ignorieren, konzentrieren sich auf den Horizont, aber das Schaukeln des Schiffes lässt nicht nach. Bald wird das sanfte Wiegen des Meeres zu Ihrem ständigen, unwillkommenen Begleiter. Das Restaurant wird zur ersten Herausforderung. Hier beobachten Sie eine faszinierende Mischung aus stoischen Gesichtern, die entschlossen sind, ihre Mahlzeit zu genießen, und blassen gestalten, die sich fragen, ob der Gang zum Buffet eine gute Idee war. Jeder Bissen ist ein kleiner Sieg, jede erfolgreich abgeschlossene Mahlzeit ein Triumph. Doch es gibt Hoffnung. Zwischen den Reihen der Reisenden tauchen die Helden der Seekrankheit auf, jene mit den magischen Pflastern hinter den Ohren, den Armbändern, die das Gleichgewicht versprechen, oder jenen, die schwören, dass Ingwer das ultimative Heilmittel ist. Manche Gäste haben sich mit einer ganzen Apotheke an Bord begeben, bewaffnet mit allem, was die moderne Medizin zu bieten hat. Die Seekrankheit wird zu einem unerwarteten Bindemittel unter den Passagieren. Geschichten über Wellengang und wie man dem grünen Monster entkommen ist, werden ausgetauscht. Jeder hat seinen eigenen Trick, sein eigenes Geheimrezept, und diese Tipps werden wie kostbare Schätze weitergegeben. In diesem Kapitel haben wir die bewegte Welt der Seekrankheit auf Kreuzfahrtschefen erkundet. Es ist ein Teil der Seefahrterfahrung, der uns demütig macht und uns daran erinnert, dass wir trotz aller Technologie immer noch den Launen der Natur ausgeliefert sind. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass manchmal die besten Geschichten aus den unerwarteten, herausfordernden Momenten unserer Reisen entstehen. Kapitel 4 Die Tanzflächentaktiken Rhythmus im Schwanken Im vierten Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten steigen wir ein in die Welt des Tanzens an Bord, wo sich die Tanzflächentaktiken zwischen Rhythmus und dem sanften Schwanken des Schiffs entfalten. Dieses Kapitel wirft einen humorwollen Blick auf die Herausforderungen und Heiterkeiten, die beim Tanzen auf sie auftreten. Vorstellen sollten Sie sich die nächtlichen Szenen in den Diskotheken und Ballsälen des Schiffes, wo die Passagiere sich im Takt der Musik bewegen. Das Tanzen auf einem Kreuzfahrtschiff, das sanft auf den Wellen schaukelt, ist eine Kunst für sich. Die Bewegungen müssen nicht nur zum Rhythmus der Musik, sondern auch zum Schwingen des Schiffs passen. Die Tanzflächen an Bord sind Orte der Begegnung und des sozialen Austauschs. Hier finden sich Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zusammen, vereint durch die Freude am Tanzen. Anfänger und erfahrene Tänzer teilen die Fläche, unterstützt von der animierenden Musik und der ermutigenden Atmosphäre. Doch das Tanzen auf sie bringt seine eigenen, oft komischen Herausforderungen mit sich. Eine unerwartete Welle kann die Tänzer aus dem Takt bringen, was zu heiteren Situationen und gegenseitigem Lachen führt. Tanzpaare müssen oft improvisieren, ihre Bewegungen an die Bewegungen des Schiffs anpassen und dabei ihre Balance halten. Abseits der offiziellen Tanzflächen entstehen manchmal spontane Tanzszenen, sei es bei einer Poolparty unter freiem Himmel oder bei einem ungeplanten Musikmoment in einer der Bars. Diese ungezwungenen Tanzmomente sind oft diejenigen, die in lebendiger Erinnerung bleiben und das Gemeinschaftsgefühl unter den Passagieren stärken. In diesem Kapitel erkunden wir die Tanzflächentaktiken auf einem Kreuzfahrtschiff als ein Symbol für die Freude, Anpassungsfähigkeit und das soziale Miteinander, das das Tanzen auf hoher Sie mit sich bringt. Es ist eine humorvolle Betrachtung der lebendigen Tanzkultur an Bord und eine Anerkennung der Leichtigkeit und des Lachens, die das Tanzen inmitten der unendlichen Weiten des Meeres bringen kann. Kapitel 5 – Der tägliche Kampf um den Liegestuhl – Territoriale Fäden auf dem Sonnendeck Willkommen im fünften Kapitel unserer Kreuzfahrt durch die Humorwollen Unannehmlichkeiten des Seereisens. Hier betreten wir das Sonnendeck, Schauplatz einer der hartnäckigsten und komischsten Traditionen an Bord, dem Kampf um den perfekten Liegestuhl. Die Sonnendecks von Kreuzfahrtscheffen sind wie wunderschöne Oasen, ausgestattet mit Reihen von Liegestühlen, die alle darauf warten, dass man es sich auf ihnen bequem macht. Doch der Schein trügt. Was auf den ersten Blick entspannend wirkt, entpuppt sich schnell als strategisches Schlachtfeld. Die Schlacht beginnt oft schon in den frühen Morgenstunden. Bewaffnet mit Handtüchern, Büchern und allerlei persönlichen Gegenständen, machen sich die Passagiere auf den Weg, um ihr Territorium zu markieren. Es ist ein stilles, aber intensives Spiel des »Handtuchreservierens«. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass ein Liegestuhl, der einmal mit einem Handtuch belegt ist, für den Tag reserviert ist, auch wenn der Besitzer stundenlang verschwunden bleibt. Sie sehen Szenen, die fast komisch sind, Reihen von ungenutzten Liegestühlen, jedes mit einem Handtuch belegt, als stumme Wächter einer imaginären Grenze. Die späten Ankömmlinge, beraubt ihrer Chance auf einen Platz an der Sonne, streifen umher, ihre Blicke wechseln zwischen Verzweiflung und Unverständnis. Aber die Handtuchpolitik ist nicht ohne ihre Konflikte. Gelegentliche Auseinandersetzungen brechen aus, wenn ein Passagier mutig oder verzweifelt genug ist, ein scheinbar verwaistes Handtuch zu entfernen. Die Diskussionen, die daraus entstehen, sind ein faszinierendes Schauspiel menschlicher Interaktionen, geprägt von einem Gemisch aus Empörung, Entschuldigungen und manchmal sogar diplomatischen Verhandlungen. In diesem Kapitel erkunden wir die ungeschriebenen Regeln und die komischen Momente, die sich aus dem täglichen Kampf um die Liegestühle ergeben. Es ist eine Welt, in der Territorialansprüche mit Handtüchern gestellt werden und in der die Suche nach einem Platz an der Sonne zu einem täglichen Abenteuer wird. Ein humorvoller Blick auf ein Phänomen, das so einzigartig ist für die Kultur der Kreuzfahrten. Kapitel 6 Die Odyssee der Aufzüge ein Auf und Ab der Emotionen In Kapitel 6 unserer Kreuzfahrt-Reihe widmen wir uns einem oft übersehenen, aber unverzichtbaren Aspekt des Schifflebens, den Aufzügen. Diese kleinen, schwebenden Kabinen sind mehr als nur ein Transportmittel, sie sind Schauplätze täglicher Dramen, Komödien und manchmal auch Tragödien. Auf Kreuzfahrtschefen, die oft mehrere tausend Passagiere beherbergen, sind die Aufzüge eine lebenswichtige Arterie, die die verschiedenen Ebenen des riesigen schwimmenden Hotels verbindet. Doch mit der großen Anzahl an Gästen kommt auch die große Herausforderung, die Geduldsprobe des Wartens auf den Aufzug. Stellen Sie sich das Szenario vor, Sie haben gerade ein üppiges Mittagessen genossen und möchten zurück in Ihre Kabine. Sie nähern sich dem Aufzugsbereich und finden sich in einer Menschentraube wieder, die alle das gleiche Ziel haben. Jedes Mal, wenn die Türen aufgehen, offenbart sich ein bereits vollgepackter Aufzug, begleitet von entschuldigenden Blicken der Insassen und dem kollektiven Seufzer der Wartenden. Doch die Wartezeit ist mehr als nur ein Ärgernis, sie wird zu einer sozialen Erfahrung. Hier, in der kleinen Lobby vor den Aufzügen, entstehen Gespräche zwischen Fremden, werden Scherze gemacht und manchmal sogar neue Freundschaften geknüpft. Es ist ein ungewolltes, aber oft unterhaltsames Zwischenspiel in der Routine des Tages. Und dann gibt es noch die Fahrten selbst. Einmal im Aufzug erleben Sie eine kurze, aber intensive Gemeinschaftserfahrung. Jeder drückt seinen Stockwerksknopf, manchmal begleitet von einem freundlichen Nicken oder einem kurzen Wortwechsel. Es ist ein seltsames Ballett des Ein- und Aussteigens, eine Choreografie der Höflichkeit und manchmal der Komik, wenn jemand versehentlich den falschen Knopf drückt oder die Türen sich schließen, bevor der letzte Passagier einsteigen kann. In diesem Kapitel erforschen wir die Höhen und Tiefen der Aufzüge auf Kreuzfahrtscheffen. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst in den alltäglichsten Momenten Raum für Humor und menschliche Verbindungen ist. Die Aufzugsfahrten werden zu einer Metapher für die Kreuzfahrt selbst, ein kurzes Zusammentreffen mit Menschen aus allen Lebensbereichen, ein Auf und Ab der Erfahrungen, die uns an neue Orte und zu neuen Begegnungen führen. Kapitel 7 Die Unvorhersehbarkeiten des Kreuzfahrtwetters Ein Tanz mit den Elementen Im siebten Kapitel unserer Kreuzfahrt durch die Humorwollen Missgeschicke und Abenteuer an Bord wenden wir uns einem Thema zu, das so unvorhersehbar ist wie das Leben selbst, dem Wetter. Auf hoher sie zu sein, bedeutet, sich den Launen der Natur in ihrer reinsten Form auszusetzen, ein Tanz mit den Elementen, der sowohl bezaubernd als auch herausfordernd sein kann. Die Vorstellung von perfektem, sonnigem Kreuzfahrtwetter ist oft ein entscheidender Faktor bei der Buchung einer Reise. Doch das Wetter hält sich selten an unsere Urlaubspläne. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Sonnendeck, bereit, sich in das Abenteuer des Tages zu stürzen, nur um von dunklen Wolken am Horizont begrüßt zu werden. Innerhalb von Minuten verwandelt sich die Szenerie, und Sie finden sich im Mittelpunkt eines spontanen Regenschauers wieder. Das Wetter auf sie ist wie eine Laune, unberechenbar, wechselhaft und manchmal geradezu dramatisch. Ein sonniger Tag kann sich schnell in einen stürmischen verwandeln, mit Winden, die stark genug sind, um Liegestühle und Hüte zu entführen. Die Wellen beginnen zu tanzen, und das Schiff schaukelt sanft, oder manchmal nicht so sanft, im Rhythmus des Meeres. Doch inmitten dieser Unvorhersehbarkeit liegt auch eine gewisse Schönheit. Es gibt kaum etwas Majestätischeres als einen Sturm auf sie zu beobachten, die Kraft der Wellen und den Wind zu spüren, der durch die Haare weht. Es ist ein Moment, der Ehrfurcht und Respekt vor der Natur weckt und uns daran erinnert, wie klein wir in diesem großen, weiten Universum sind. Die Passagiere an Bord finden Wege, sich anzupassen. Regenjacken und Ponchos werden zu modischen Accessoires, und die Innenbereiche des Schiffes, wie Bars und Lounges, werden zu lebhaften Treffpunkten. Es ist eine Zeit des Zusammenrückens, des Teilens von Geschichten und des Lachens über die Unwägbarkeiten des Wetters. In diesem Kapitel erkunden wir die Freuden und Herausforderungen des Kreuzfahrtwetters. Es ist eine Reise durch die hohen und tiefen Momente, die das Wetter uns beschert, und eine Erinnerung daran, dass manchmal die unerwarteten Wendungen die besten Geschichten hervorbringen. Kapitel 8 Ganz zu schweigen von der Aufgabe, das Outfit den ganzen Abend über tadellos zu halten, während man sich durch das Abendessen und die anschließenden Aktivitäten schlängelt. In diesem Kapitel erforschen wir die amüsanten und manchmal absurden Aspekte der Abendgarderobe auf Kreuzfahrten. Es ist ein Einblick in die Welt der Mode auf sie, wo Stil und Komfort in einem ständigen Tanz miteinander ringen, und wo die Wahl der Kleidung zu einem Teil des Abenteuers wird. Kapitel 9 Die Herausforderungen des Kreuzfahrt-Entertainments zwischen Begeisterung und Peinlichkeit Im neunten Kapitel unserer Kreuzfahrterlebnisse wagen wir uns in die schillernde Welt des Kreuzfahrt-Entertainments. Hier, zwischen glitzernden Shows und lauten Bingoabenden, entfaltet sich ein Kaleidoskop an Unterhaltung, das von begeistertem Applaus bis hin zu verhaltenem Kopfschütteln reicht. Das Unterhaltungsprogramm auf einem Kreuzfahrtschiff ist so vielfältig wie seine Passagiere. Von hochkarätigen Musical-Darbietungen bis hin zu talentierten Stand-up-Comedians die Palette ist breit und bunt. Jede Nacht bietet eine neue Gelegenheit, sich in das magische Reich der Unterhaltung entführen zu lassen. Doch nicht jede Show trifft jeden Geschmack. Während einige Gäste von den Sitzplätzen aufspringen und entstehenden Ovationen klatschen, finden sich andere in einem Zustand der Verwirrung wieder, fragend, was genau sie da gerade gesehen haben. Die Shows sind eine Mischung aus Glanz und Glimmer, manchmal gepaart mit einer Prise-Kitsch. Ein besonderes Highlight sind die interaktiven Shows, bei denen die Passagiere Teil der Aktion werden. Ob es nun eine Karaoke-Nacht ist, bei der jeder den inneren Superstar entdecken kann, oder Tanzwettbewerbe, die sowohl Amüsement als auch leichte Verlegenheit bieten diese Momente sind es, die unvergessliche Erinnerungen schaffen. Doch die wahre Kunst des Kreuzfahrt-Entertainments liegt nicht immer auf der Bühne, sondern oft im Publikum. Hier, in den ersten Reihen, in den versteckten Winkeln des Theaters, finden sich Geschichten von Lachen, von geteilten Momenten der Freude, aber auch von jenen peinlichen Situationen, die, wenn man zurückblickt, zu den lustigsten Erinnerungen gehören. In diesem Kapitel tauchen wir in die Welt des Kreuzfahrt-Entertainments ein, ein Bereich, der so lebendig und vielseitig ist wie das Leben selbst. Es ist ein Blick hinter den Vorhang, eine Erkundung der Freuden und Herausforderungen, die diese Form der Unterhaltung mit sich bringt, eine Reise, die sowohl das Herz als auch das Zwerchfell berührt. Kapitel 10 Das Rätsel der Landausflüge zwischen Erwartung und Realität Im zehnten Kapitel unserer Kreuzfahrt-Geschichten wenden wir uns einem der aufregendsten Aspekte jeder Seereise zu, den Landausflügen. Diese Ausflüge sind die raren Gelegenheiten, das Schiff zu verlassen und in die Kulturen und Landschaften der besuchten Orte einzutauchen. Doch was sich anhört wie der Inbegriff des Abenteuers, kann sich manchmal als wahres Rätsel zwischen Erwartung und Realität entpuppen. Die Planung der Landausflüge beginnt oft Monate im Woraus. Mit glänzenden Augen durchstöbern die Passagiere die Beschreibungen der Ausflüge, antike Ruinen, exotische Märkte, idyllische Strände. Jeder Ausflug verspricht ein einzigartiges Abenteuer, eine unvergessliche Erfahrung. Doch die Wirklichkeit kann manchmal von der glänzenden Broschüre abweichen. Stellen Sie sich vor, Sie betreten das Ufer voller Erwartung, nur um sich inmitten einer Menschenmenge wiederzufinden, die alle dasselbe Ziel haben. Die romantische Vorstellung eines einsamen Strandes weicht der Realität eines überfüllten Strandabschnitts, und der Besuch historischer Städten wird oft zu einem Wettlauf gegen die Zeit, um alles zu sehen, bevor es zurück zum Schiff geht. Doch in diesen Momenten des unerwarteten Chaos entstehen oft die interessantesten Geschichten. Die überraschende Entdeckung eines lokalen Marktes abseits der ausgetretenen Pfade, das spontane Gespräch mit einem Einheimischen, das unerwartete lokale Fest, das man zufällig miterlebt – dies sind die wahren Schätze der Landausflüge. Die Interaktion mit den lokalen Kulturen und die Erfahrungen abseits der typischen Touristenrouten bieten einen tiefen Einblick in das Leben und die Schönheit der besuchten Orte. Manchmal sind es gerade die unvollkommenen, chaotischen Momente, die uns die wertvollsten Erinnerungen und Anekdoten bescheren. In diesem Kapitel erkunden wir das Spannungsfeld der Landausflüge, die Balance zwischen straforganisierten Touren und den Freiheiten der individuellen Entdeckung. Es ist eine Ode an die unerwarteten Freuden und Herausforderungen des Reisens, eine Erinnerung daran, dass die besten Abenteuer oft dort beginnen, wo unsere sorgfältig geplanten Pläne enden. Kapitel 11 Die Geheimnisse der Kreuzfahrtküche Ein Blick hinter die Kulissen In Kapitel 11 unserer Kreuzfahrterlebnisse begeben wir uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Kreuzfahrtküche. Dieses Kapitel ist eine Hommage an die ungesehenen Helden des Schiffes, die Köche und das Küchenpersonal, die tagtäglich Gaumenfreuden zaubern und dabei den ein oder anderen Küchenzauber offenbaren. Die Küche auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein Wunderwerk der Logistik und Effizienz. Hier werden täglich tausende von Mahlzeiten für Passagiere und Besatzung zubereitet, ein kulinarisches Ballett, das Präzision und Timing erfordert. Die Herausforderung, eine solche Vielfalt an Gerichten in begrenztem Raum und unter ständig wechselnden Bedingungen zu kreieren, ist nichts weniger als beeindruckend. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten die seltene Gelegenheit, einen Blick in diese geschäftige Welt zu werfen. Sie betreten die Küche und werden sofort von der Hitze und dem Summen der Aktivität umhüllt. Überall um sie herum wird geschnitten, gebraten, gedünstet und garniert. Es ist eine Welt voller Düfte und Aromen, ein Ort, wo Kreativität und Geschwindigkeit Hand in Hand gehen. Doch die Kreuzfahrtküche birgt auch ihre Geheimnisse. Da ist zum Beispiel die Kunst, jeden Abend ein neues Menü zu kreieren, das die unterschiedlichsten Geschmäcker zufriedenstellt. Oder die Fähigkeit, mit begrenzten Zutaten kulinarische Wunder zu vollbringen, wenn das Schiff mehrere Tage auf sie isst. Und dann gibt es noch die kleinen Tricks und Kniffe, die sicherstellen, dass jedes Gericht trotz der Massenproduktion seinen einzigartigen Charme behält. In diesem Kapitel erkunden wir die faszinierende Welt der Kreuzfahrtküche, von den hektischen Frühstücksvorbereitungen bis zu den nächtlichen Gala-Dinnern. Es ist eine Anerkennung der Köche und ihres Teams, die mit ihrem Talent und ihrer Hingabe das Kreuzfahrterlebnis zu einem wahren Fest für die Sinne machen. Kapitel 12 – Die unerwarteten Freuden der Seetage Langsamkeit und Entdeckung In Kapitel 12 unserer Kreuzfahrtabenteuer tauchen wir in die Welt der Seetage ein, jene Tage, an denen das Schiff nicht anlegt und die endlose Weite des Ozeans das einzige Panorama darstellt. Diese Tage bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Langsamkeit zu genießen und die verborgenen Winkel des Schiffes zu erkunden. Seetage sind für viele Passagiere ein Höhepunkt ihrer Kreuzfahrt. Sie sind eine Einladung, das hektische Tempo des Alltags hinter sich zu lassen und in einen ruhigeren Rhythmus einzutauchen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf, ohne einen festen Plan zu haben, ohne Eile, ohne den Druck, irgendetwas sehen oder tun zu müssen. Das Einzige, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Für einige ist dies die perfekte Zeit, um das Schiff zu erkunden. Die Seetage enthüllen oft verborgene Juwelen sei es ein ruhiger Leseraum, ein selten genutztes Sonnendeck oder eine gemütliche Ecke in einer der Bars. Jeder Ort hat seine eigene Atmosphäre und bietet eine neue Perspektive auf das Leben an Bord. Andere nutzen diese Tage für Aktivitäten, die während der hektischen Landausflüge oft zu kurz kommen. Wellnessbehandlungen, Kochkurse, Tanzstunden oder einfach ein entspanntes Sonnenbad Die Möglichkeiten sind vielfältig und bieten etwas für jeden Geschmack. Doch die wahren Schätze der Seetage liegen oft in den unavatteten Freuden. Das lange Gespräch mit einem mit Reisenden, das plötzliche Interesse an einem Vortrag, das spontane Beitritt zu einer Trivia-Runde in der Lounge Diese Momente der spontanen Verbindung und des Lernens sind es, die den Reichtum dieser Seetage ausmachen. In diesem Kapitel erkunden wir die Freuden der Seetage, eine Zeit, in der das Schiff selbst zum Ziel wird. Es ist eine Ode an die Entschleunigung, eine Erinnerung daran, dass manchmal das größte Abenteuer darin besteht, einfach innezuhalten und die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Kapitel 13 Die Magie der Meeresnächte Sternenhimmel und sanfte Wellen In Kapitel 13 unserer Kreuzfahrterzählung wenden wir uns einem der zauberhaftesten Aspekte einer Seereise zu, den Nächten auf dem Meer. Dieses Kapitel ist eine Ode an die stillen, friedvollen Momente unter dem Sternenhimmel, wenn das Schiff sanft durch die dunklen Wasser gleitet. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Reling des Schiffes, umgeben von der unendlichen Dunkelheit des Ozeans. Über Ihnen erstreckt sich ein klarer Himmel, übersät mit unzähligen Sternen, die wie Diamanten auf schwarzem Samt glitzern. Die ruhige, beruhigende Präsenz des Meeres unter einem sternenklaren Himmel bietet eine seltene Gelegenheit, sich in der Unendlichkeit des Moments zu verlieren. Die Nächte auf Sie sind eine Zeit der Ruhe und der Reflexion. Die Hektik des Tages weicht einer friedvollen Stille, unterbrochen nur vom sanften Rauschen der Wellen und dem gelegentlichen Flüstern des Windes. Es ist eine Zeit, in der Gedanken schweifen können, in der Erinnerungen und Träume Hand in Hand gehen. Für viele wird dieser Moment zu einem Höhepunkt der Reise. Ohne die Ablenkungen des Landes und die Verpflichtungen des Alltags wird die Nacht zu einem Raum der Freiheit und der inneren Ruhe. Manche finden sich in tiefen Gesprächen mit Mitreisenden wieder, andere genießen die Stille in Einsamkeit, blicken in den Himmel und lassen sich von der Magie des Meeres verzaubern. Diese Nächte sind auch eine Erinnerung an die Schönheit und Erhabenheit der Natur. In einer Welt, in der wir oft von künstlichem Licht umgeben sind, bieten die Meeresnächte einen seltenen Blick auf den Himmel in seiner ursprünglichen Pracht. Jeder Stern, jede Sternschnuppe ist eine Einladung, über das Wunder unseres Universums zu staunen. In diesem Kapitel feiern wir die stillen, majestätischen Nächte auf sie. Es ist eine Entdeckungsreise in die Tiefe der Nacht, eine Erkundung der Ruhe und der Schönheit, die sich findet, wenn man sich von den Wellen des Meeres in den Schlaf wiegen lässt. Kapitel 14 Das Abenteuer der Bordaktivitäten mehr als nur Zeitvertreib Im 14. Kapitel unserer Kreuzfahrtreise widmen wir uns dem pulsierenden Herzstück des Schifflebens, den Bordaktivitäten. Dieses Kapitel taucht ein in die bunte Welt der Unterhaltung und des Vergnügens, die weit über bloßen Zeitvertreib hinausgeht. Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende Städte mit einem scheinbar endlosen Angebot an Aktivitäten. Von morgendlichen Yoga-Sessions auf dem Sonnendeck über Kunstauktionen und Kochkurse bis hin zu abendlichen Shows und Casino-Besuchen Es gibt kaum einen Wunsch, den das Schiff nicht erfüllen kann. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Tag mit einer erfrischenden Runde im Pool, gefolgt von einem Tanzkurs, bei dem Sie neue Schritte lernen und gleichzeitig neue Freunde finden. Am Nachmittag nehmen Sie vielleicht an einem Vortrag über die Geschichte der nächsten Hafenstadt teil oder entspannen sich bei einem Buch in der Schiffsbibliothek. Für die Abenteuerlustigen unter den Passagieren bieten einige Schiffe sogar Kletterwände, Surfsimulatoren oder Rennstrecken. Jede dieser Aktivitäten bringt ihren eigenen Nervenketze mit sich und ermöglicht es den Gästen, Grenzen zu überschreiten und neue Fähigkeiten zu entdecken. Doch die wahren Juwelen der Bordaktivitäten sind oft die unerwarteten Momente, das spontane Gespräch mit einem Mitreisenden während eines Kartenspiels, das Lachen, das einen Trivia-Abend begleitet, oder der Stolz, der aus dem Gewinn eines Schafflebordturniers resultiert. In diesem Kapitel erforschen wir die Vielfalt und die Freude, die die Bordaktivitäten mit sich bringen. Es ist eine Welt, in der jeder Tag eine neue Chance bietet, etwas Neues zu erleben, sei es durch körperliche Betätigung, geistige Herausforderungen oder einfach durch das Genießen des Moments. Die Bordaktivitäten sind nicht nur Zeitvertreib, sie sind Gelegenheiten, sich zu entfalten, zu lernen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Kapitel 15 Die Begegnung mit dem Meeresleben Wunder unter und über den Wellen Im 15. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählung richten wir unser Augenmerk auf eine der faszinierendsten Aspekte einer Seereise, die Begegnung mit dem Meeresleben. Dieses Kapitel feiert die Wunder unter und über den Wellen, die oft unerwartete und atemberaubende Momente auf der Reise schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Reling und blicken hinaus auf das weite Meer. Plötzlich durchbricht eine Gruppe von Delfinen die Wasseroberfläche, ihre eleganten Körper gleiten spielerisch durch die Wellen. Solche Augenblicke sind magisch, sie verbinden uns mit der natürlichen Welt und erinnern uns an die Schönheit und Vielfalt des Lebens im Ozean. Auch über den Wellen gibt es viel zu entdecken. Die Beobachtung von Vögeln, die elegant über das Schiff kreisen, oder das gelegentliche Aufblitzen eines fliegenden Fisches, der kurz aus dem Wasser springt, bieten faszinierende Einblicke in das Leben über dem Meer. Für diejenigen mit einem Interesse an Meeresbiologie bieten manche Kreuzfahrten Vorträge und Workshops an, die Einblicke in die Meeresökologie geben und das Bewusstsein für den Schutz der Ozeane schärfen. Diese interaktiven Sitzungen bieten eine seltene Gelegenheit, mehr über das komplexe Ökosystem zu lernen, durch das das Schiff fährt. Doch es sind oft die unerwarteten Begegnungen, die am meisten begeistern. Das Erspähen eines Wals, der in der Ferne seine majestätische Fluke zeigt, oder das Entdecken eines Schwarmes farbenfroher Fische während eines Schnorchelausflugs am Ufer – solche Momente bleiben lange im Gedächtnis. In diesem Kapitel erkunden wir die Verbindung zwischen dem Kreuzfahrterlebnis und der faszinierenden Welt des Meereslebens. Es ist eine Reise durch die Wunder des Ozeans, eine Feier der natürlichen Schönheit und Vielfalt, die uns umgibt, und eine Erinnerung an die Bedeutung des Schutzes dieser kostbaren Ressource. Kapitel 16 Die Vielschichtigkeit der Cro-Helden hinter den Kulissen Im 16. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten richten wir unseren Fokus auf die Crew, die unbesungenen Helden hinter den Kulissen, deren harte Arbeit und Hingabe das Kreuzfahrterlebnis erst möglich machen. Dieses Kapitel ist eine Hommage an die Vielfalt und das Engagement dieser außergewöhnlichen Menschen. Die Crew eines Kreuzfahrtschefes ist ein Mikrokosmos der Welt. Sie kommen aus verschiedenen Ländern, sprechen unterschiedliche Sprachen und bringen eine Vielzahl von Kulturen und Erfahrungen mit. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, wie er auf das Schiff kam und was ihn antreibt, in dieser einzigartigen Umgebung zu arbeiten. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen Tag für Tag diesen fleißigen Menschen vom Kabinenstuart, der mit einem Lächeln ihr Zimmer vorbereitet, über die Köche und Kellner, die für ihre kulinarischen Erlebnisse sorgen, bis hin zum Entertainment-Team, das jede Nacht für Unterhaltung sorgt. Jeder von ihnen spielt eine entscheidende Rolle im Orchester des Schifflebens. Doch hinter jedem Lächeln und jeder freundlichen Geste liegen Geschichten von Opfern und Träumen. Viele Crewmitglieder verbringen Monate fern von ihren Familien und Freunden, um den Passagieren eine unvergessliche Reise zu bieten. Ihre Arbeitstage sind lang und oft herausfordernd, doch ihr Engagement und ihre Professionalität bleiben unerschütterlich. In Gesprächen mit der Crew erfahren die Passagiere oft von den Freuden und Schwierigkeiten des Lebens auf sie. Diese Momente des Austauschs sind bereichernd und bieten Einblicke in eine Welt, die vielen Verborgen bleibt. In diesem Kapitel würdigen wir die Arbeit, das Talent und die Menschlichkeit der Crewmitglieder. Es ist eine Erkundung der vielschichtigen Welt hinter den Kulissen, ein Blick auf die Menschen, die die Kreuzfahrt zu einem reibungslosen und angenehmen Erlebnis machen. Ihre Geschichten und ihr Lächeln sind das Herz und die Seele jeder Seereise. Kapitel 17 Die Verlockungen und Falztricke des Bordshoppings Ein Mehr aus Möglichkeiten Im siebzehnten Kapitel unserer Kreuzfahrtreise tauchen wir in die glitzernde Welt des Bordshoppings ein. Dieses Kapitel beleuchtet die Verlockungen der zahlreichen Geschäfte an Bord und die Falztricke, die sich hinter den vermeintlichen Schnäppchen verbergen. Kreuzfahrtschiffe sind oft mit einer Vielzahl von Geschäften ausgestattet, die von luxuriösen Boutiquen bis hin zu Souvenirshops reichen. Diese Mini-Einkaufszentren auf sie bieten eine verführerische Palette an Waren, Designerkleidung, Schmuck, Kosmetik und natürlich die unvermeidlichen Andenken, die die Reise unvergesslich machen sollen. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern durch diese Alleen des Konsums, angezogen von glänzenden Schaufenstern und verlockenden Angeboten. Die Atmosphäre ist eine Mischung aus Eleganz und Spannung, und für viele Passagiere wird das Einkaufen zu einem integralen Bestandteil der Kreuzfahrterfahrung. Doch das Bordshopping birgt auch seine Tücken. Die Preise sind nicht immer so günstig, wie sie scheinen, und die Versuchung, mehr auszugeben als geplant, ist stets präsent. Es erfordert Geschick und Selbstkontrolle, sich nicht von der glänzenden Oberfläche verführen zu lassen und stattdessen wahre Werte zu erkennen. Einige Passagiere entdecken jedoch in den kleinen Geschäften an Bord verborgene Schätze. Ob es sich um ein einzigartiges Schmuckstück handelt, das an einen besonderen Ort erinnert, oder um ein lokales Kunsthandwerk, das die Kultur des bereisten Landes widerspiegelt – solche Funde können eine tiefere Bedeutung haben und zu wertvollen Erinnerungsstücken werden. In diesem Kapitel betrachten wir das Bordshopping als eine Facette des Kreuzfahrterlebnisses eine Welt voller Verlockungen und Entscheidungen. Es ist eine Erkundung der Freuden und Herausforderungen des Einkaufens auf sie, eine Reise durch die bunte Welt des Konsums, die sowohl Freude als auch Vorsicht erfordert. Kapitel 18 Die verborgenen Winkel des Schiffes Entdeckungen abseits der ausgetretenen Pfade Im 18. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten erkunden wir die verborgenen Winkel und geheimen Ecken des Schiffes, die abseits der beliebten Hauptbereiche liegen. Dieses Kapitel ist eine Einladung, die weniger bekannten Orte zu entdecken, die ihren eigenen Charme und ihre eigenen Geheimnisse bergen. Jedes Kreuzfahrtschiff hat seine offensichtlichen Anziehungspunkte – das Pooldeck, die Theater, die Restaurants. Doch abseits dieser Trubelzonen gibt es ruhigere, oft übersehene Bereiche, die eine ganz andere Erfahrung bieten. Diese stillen Gänge, versteckten Lounges und ruhigen Aussichtspunkte sind Oasen der Ruhe in der geschäftigen Welt des Schiffes. Stellen Sie sich vor, Sie finden eine kleine Bibliothek, versteckt hinter einer unauffälligen Tür, mit Bücherregalen, die bis zur Decke reichen. Oder einen kaum genutzten Balkon am Heck des Schiffes, von dem aus man den weiten Ozean in aller Stille betrachten kann. Diese Orte bieten eine Flucht vor der Hektik und eine Chance, in Ruhe und Frieden zu verweilen. Für viele Passagiere werden diese verborgenen Winkel zu Lieblingsorten, an denen sie lesen, nachdenken oder einfach die Vorbeizierhände Meereslandschaft genießen können. Sie sind ideale Orte für jene Momente, in denen man Abstand vom sozialen Trubel sucht und die Stille des Meeres erleben möchte. Diese ruhigeren Bereiche des Schiffes haben auch ihre eigene Schönheit. Sie sind oft weniger prunkvoll dekoriert, aber ihre Einfachheit und Ruhe bieten einen angenehmen Kontrast zum Glanz der Hauptbereiche. In diesen stillen Ecken findet man oft eine tiefere Verbindung zum Schiff und zum Meer. In diesem Kapitel feiern wir die verborgenen Winkel des Kreuzfahrtschiffes. Es ist eine Entdeckungsreise in die weniger bereisten Teile des Schiffes, eine Anerkennung der stillen Orte, die ihre eigenen kleinen Abenteuer und Geheimnisse bieten. Kapitel 19 – Die Melodien des Meeres Musik und Rhythmen an Bord Im 19. Kapitel unserer Kreuzfahrtreise tauchen wir ein in die Welt der Musik und Rhythmen, die das Schiff beleben. Dieses Kapitel ist eine Feier der Klänge und Melodien, die auf dem Meer erklingen und eine unvergessliche Atmosphäre schaffen. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des Kreuzfahrterlebnisses. Vom sanften Klavier in der Lounge bis hin zu den energiegeladenen Bands, die das Abendprogramm gestalten, spielt Musik eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Stimmung an Bord. Sie ist der Soundtrack der Reise, der Hintergrund für unzählige Erinnerungen. Stellen Sie sich vor, Sie schlendern am Abend durch das Schiff und werden von verschiedenen Musikstilen begrüßt. In einer Ecke finden Sie vielleicht ein Jazz-Trio, das sanfte Melodien spielt. An einem anderen Ort begeistert ein Gitarrist mit klassischen Balladen. Und im Hauptsaal bringt eine lebhafte Band die Menge mit tanzbaren Hits zum Beben. Jede Nacht wird zu einer musikalischen Reise, die unterschiedliche Genres und Kulturen umspannt. Diese musikalischen Darbietungen sind nicht nur Unterhaltung, sie sind auch eine Möglichkeit, neue Stile zu entdecken und die universelle Sprache der Musik zu erleben. Für viele Passagiere werden die musikalischen Momente zu Highlights ihrer Reise. Es gibt etwas Magisches daran, unter dem Sternenhimmel zu tanzen oder bei einem Glas Wein der sanften Musik eines Klavierspielers zu lauschen. Diese Momente bieten eine Flucht aus dem Alltag und eine Verbindung zu den Mitreisenden. In diesem Kapitel feiern wir die Musiker und Künstler, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Talent die Kreuzfahrt zu einem melodischen Erlebnis machen. Es ist eine Anerkennung ihrer Kunst und eine Einladung, sich von den Melodien des Meeres verzaubern zu lassen. Kapitel 20 Das Ritual der Sonnenuntergänge Farbenspiele am Horizont Im zwanzigsten Kapitel unserer Kreuzfahrterzählung wenden wir uns einem der spektakulärsten Naturschauspiele zu, das man auf sie erleben kann, dem Sonnenuntergang. Dieses Kapitel ist eine oder an die täglichen Farbenspiele am Horizont, die nicht nur den Himmel, sondern auch die Herzen der Betrachter erleuchten. Jeder Abend auf dem Schiff bietet die Chance, Zeuge eines einzigartigen Sonnenuntergangs zu werden. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Reling, während die Sonne langsam am Horizont versinkt. Der Himmel verwandelt sich in ein lebendiges Gemälde aus Orangen, Rottönen und Popo-Nuancen, die sich im ruhigen Meer spiegeln. Es ist ein Moment der Ruhe und Schönheit, der die Sorgen des Alltags in den Hintergrund rücken lässt. Diese Momente des Sonnenuntergangs sind oft gesellige Ereignisse. Passagiere kommen zusammen, um das Schauspiel zu genießen, teilen Gedanken und Geschichten oder genießen einfach die Stille. Für viele ist es ein Moment der Reflexion und der Dankbarkeit, eine Zeit, um die Wunder der Natur und die besonderen Erlebnisse der Reise zu schätzen. Jeder Sonnenuntergang auf See ist einzigartig. Die Wolkenformationen, die Position des Schiffes und die Reinheit der Luft tragen dazu bei, dass kein Abend dem Anderen gleicht. Diese Schönheit und Einzigartigkeit zu erkennen und zu schätzen, wird zu einem täglichen Ritual, das die Reise bereichert. In diesem Kapitel zelebrieren wir die Sonnenuntergänge auf dem Meer als symbolische Momente der Kreuzfahrt. Sie markieren das Ende eines jeden erlebnisreichen Tages und sind ein Versprechen für den Kommenden. Es ist eine Feier der natürlichen Schönheit, die uns umgibt, und eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, innezuhalten und die einfachen Wunder des Lebens zu genießen. Kapitel 21 Die Herausforderung des Kreuzfahrt-Workouts Fitness zwischen Büffet und Pool Im 21. Kapitel unserer Humorwollenreise durch die Tücken der Kreuzfahrt widmen wir uns der Herausforderung, an Bord in Form zu bleiben. Dieses Kapitel beleuchtet die komischen Situationen und absurden Momente, die sich aus dem Versuch ergeben, zwischen üppigen Buffets und verlockenden Cocktails am Pool ein Wurkut-Regime zu verfolgen. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich vorgenommen, während der Kreuzfahrt Ihrem Fitnessregime treu zu bleiben. Doch schon der Weg zum Fitnessstudio ist gepflastert mit Versuchungen. Auf dem Weg dorthin lockt das Buffet mit seinen köstlichen Gerüchen, während der Poolbereich mit entspannenden Liegestühlen winkt. Wenn Sie es schließlich ins Fitnessstudio geschafft haben, erwartet Sie das nächste Abenteuer. Die Geräte sind entweder überfüllt mit Gleichgesinnten, die ähnlich motiviert sind, oder sie stehen in einem verwaisten Raum, was Sie sich fragen lässt, ob Sie der einzige Gast mit Fitnessambitionen sind. Und dann ist da noch der ständige Kampf mit dem schwankenden Schiff, das jede Übung auf dem Laufband zu einem Balanceakt macht. Die Fitnesskurse an Bord sind ein Kapitel für sich. Von Zumba bis hin zu Wassergymnastik die Kurse sind oft unterhaltsam und ein bisschen skurril. Stellen Sie sich eine Gruppe von Passagieren vor, die auf dem oberen Deck zu lateinamerikanischen Rhythmen tanzen, während andere Gäste mit amüsierten Blicken vorbeischlendern. Und dann sind da noch die ungeschriebenen Regeln des Schifffitnessstudios, der Wettlauf um das Handtuch, die unvermeidliche Verlegenheit, wenn Sie nicht wissen, wie ein Gerät funktioniert, und die subtile Konkurrenz, wer am längsten auf dem Crosstrainer durchhält. In diesem Kapitel erkunden wir die Humorwollen-Aspekte des Versuchs, an Bord fit zu bleiben. Es ist eine Anerkennung der Willenskraft, die nötig ist, um sich gegen die kulinarischen Verführungen des Schiffes zu wehren, und eine Feier der kleinen Siege und komischen Niederlagen, die auf diesem Weg erlebt werden. Kapitel 22 Die Komödie der Sicherheitsübungen Ein notwendiges Übel mit einem Hauch von Humor Im 22. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten wenden wir uns einem unvermeidlichen, aber oft Humorwollen-Aspekt jeder Kreuzfahrt zu, den Sicherheitsübungen. Dieses Kapitel betrachtet die komischen Seiten dieser notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, die sowohl Verwirrung als auch Lacher hervorrufen können. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade an Bord gegangen, bereit, sich in Ihr neues Abenteuer zu stürzen, als die Durchsage zur Sicherheitsübung ertönt. Passagiere aus allen Ecken des Schiffes strömen zu ihren Sammelstellen, einige verwirrt, andere amüsiert über das Ganze. Es ist ein buntes Durcheinander aus Menschen, die sich mit ihren Schwimmwesten abmühen und versuchen, den Anweisungen zu folgen. Die Crewmitglieder, Profis in Sachen Sicherheit, leiten die Übung mit ernster Miene, aber gelegentlich kann man ein Schmunzeln in ihren Gesichtern erkennen, besonders wenn sie auf Passagiere treffen, die ihre Schwimmwesten verkehrt herum angezogen haben. Die Demonstration, wie man eine Schwimmweste richtig anlegt, wird zu einer ungewollten Comedy-Show. Dann gibt es die Ansagen, die manchmal in mehreren Sprachen wiederholt werden, was zu einer Karkophonie führt, die eher an den Turmbau zu Babel erinnert als an eine Sicherheitsunterweisung. Passagiere nicken zustimmend, auch wenn sie vielleicht nur die Hälfte verstanden haben. Aber trotz des Chaos und der Komik ist die Sicherheitsübung ein wesentlicher Teil der Kreuzfahrt. Sie ist eine Erinnerung daran, dass Sicherheit an erster Stelle steht, auch wenn das Mittel, diese Botschaft zu vermitteln, manchmal für Erheiterung sorgt. In diesem Kapitel erkunden wir die skurrilen und humorwollen Aspekte der Sicherheitsübungen an Bord. Es ist eine Anerkennung der Wichtigkeit dieser Übungen, verpackt in den unvermeidlichen komischen Momenten, die auftreten, wenn Hunderte von Menschen versuchen, sich auf eine Notfallsituation vorzubereiten. Kapitel 23 – Das Paradox der Ruhezonen auf der Suche nach Stille im Trubel Im 23. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählung erkunden wir das Paradox der Ruhezonen an Bord jene seltenen Orte, die als Oasen der Stille im sonst so lebhaften Umfeld des Schiffes gedacht sind. Dieses Kapitel beleuchtet humorwoll die Herausforderungen, die sich bei der Suche nach einem ruhigen Moment ergeben. Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach einem Platz, um sich zurückzuziehen und zu entspannen. Sie entdecken eine als »Ruhezone« gekennzeichnete Ecke des Schiffes und atmen erleichtert auf. Doch kaum haben Sie es sich gemütlich gemacht, beginnt das Abenteuer. Die Ruhezone erweist sich als beliebter Treffpunkt für Gespräche, das Klirren von Geschirr und die allgegenwärtigen Durchsagen des Kapitäns. Dann gibt es die Kinder, die scheinbar magnetisch von jedem Schild, das »Ruhe« verspricht, angezogen werden. Sie verwandeln die Stille schnell in einen Spielplatz, begleitet von den gut gemeinten, aber meist erfolglosen Ermahnungen ihrer Eltern. Manchmal wird die Suche nach Ruhe selbst zur Quelle der Unterhaltung. Sie beobachten, wie Mitreisende mit ähnlichen Absichten eintreffen, nur um bei der Entdeckung des Geräuschspiegels die Augen zu verdrehen. Ein kollektives Seufzen geht durch die Menge, gefolgt von einem schweigenden Einverständnis, dass echte Stille auf einem Kreuzfahrtschiff vielleicht doch nur ein Mythos ist. Trotz dieser Herausforderungen gibt es Momente, in denen die Ruhezone ihrem Namen gerecht wird. Vielleicht in den frühen Morgenstunden oder während eines Landausflugs, wenn die meisten Passagiere das Schiff verlassen haben. In diesen seltenen Momenten der Stille wird die Ruhezone zu einem wahren Rückzugsort, wo man das Rauschen des Meeres und das eigene Gedankenflüstern hören kann. In diesem Kapitel erforschen wir das humorvolle Paradox der Ruhezonen auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit dem Konzept der Stille in einer Umgebung, die für ihre Lebhaftigkeit bekannt ist, und eine Erinnerung daran, dass manchmal die Suche nach Ruhe selbst Teil des Abenteuers ist. Kapitel 24 Das Mysterium der Bordfotografie zwischen peinlichen Posen und unerwarteten Schnappschüssen Im 24. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten tauchen wir in die amüsante Welt der Bordfotografie ein. Dieses Kapitel erkundet die oft skurrilen und unerwarteten Momente, die entstehen, wenn professionelle Fotografen versuchen, die perfekten Urlaubserinnerungen der Passagiere festzuhalten. Stellen Sie sich die Szene vor, Sie befinden sich in Ihrer schönsten Urlaubskleidung, bereit für einen entspannten Abend, als plötzlich ein Bordfotograf auftaucht und Sie um ein Lächeln für die Kamera bittet. Bevor Sie es wissen, finden Sie sich in einer Reihe von oft steifen und künstlichen Posen wieder, während Sie krampfhaft versuchen, natürlich auszusehen. Dann gibt es die unerwarteten Fotogelegenheiten, die oft zu den humorwollsten Erinnerungen führen. Ein Schnappschuss beim Abendessen, gerade als Sie einen großen Bissen nehmen, oder ein Foto am Pool, auf dem Sie eher nach einem schiffbrüchigen als nach einem entspannten Urlauber aussehen. Diese Momente, so peinlich sie auch sein mögen, fangen das wahre Wesen des Urlaubs auf eine Weise ein, die die inszenierten Porträts nicht können. Besonders unterhaltsam wird es, wenn die Fotos am Ende der Reise ausgestellt werden. Eine Wand voller glücklicher, lächelnder Gesichter manche ein wenig zu forciert, andere überraschend natürlich. Es ist ein Kaleidoskop von Emotionen und Momenten, die zusammen das komplette Kreuzforterlebnis widerspiegeln. Dieses Kapitel beleuchtet die Komödie und das Drama der Bordfotografie. Es ist eine humorvolle Anerkennung der Bemühungen der Fotografen, besondere Momente festzuhalten, und eine Feier der unperfekten, aber authentischen Erinnerungen, die dabei entstehen. Kapitel 25 – Der unerwartete Kulturmix – Ein Schmelztiegel auf Sie Im 25. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen befassen wir uns mit dem faszinierenden Kulturmix, der sich an Bord eines Kreuzfahrtschefes findet. Dieses Kapitel beleuchtet die oft komischen und manchmal verwirrenden Situationen, die entstehen, wenn Menschen aus aller Welt in der einzigartigen Umgebung eines Schiffes aufeinandertreffen. Stellen Sie sich die vielfältige Szenerie an Bord vor, Passagiere verschiedenster Nationalitäten, die sich am Büffi über ihre Essgewohnheiten austauschen, oder die Herausforderung, sich in einer Mischung aus verschiedenen Sprachen zu verständigen. Es ist wie ein Miniaturmodell der Welt, in dem sich unterschiedlichste Kulturen kreuzen. Diese kulturelle Vielfalt führt oft zu urkomischen Missverständnissen und interessanten Begegnungen. Zum Beispiel der Moment, wenn Sie feststellen, dass Ihr Tischnachbar ganz andere Vorstellungen von Pünktlichkeit hat, oder wenn Sie versuchen, in einem Mix aus Handzeichen und ein paar Brocken einer fremden Sprache ein Gespräch zu führen. Aber es sind nicht nur die Passagiere, die diese kulturelle Vielfalt mitbringen. Die Crew selbst ist oft ein Abbild globaler Diversität, mit Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern, die ihre eigenen Traditionen und Erfahrungen einbringen. Das führt zu einem reichen Mosaik an Geschichten und Perspektiven, das den Reiz einer Kreuzfahrt ausmacht. Inmitten dieser kulturellen Begegnungen finden oft unerwartete Freundschaften und Lernmomente statt. Ein Kochkurs, in dem ein italienischer Chefkoch seine Geheimnisse preisgibt, oder eine Tanzveranstaltung, bei der lateinamerikanische Rhythmen auf europäische Eleganz treffen diese Momente sind ein lebendiges Beispiel für die Schönheit kultureller Verschmelzung. In diesem Kapitel feiern wir den unerwarteten Kulturmix an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Es ist eine humorvolle und warmherzige Betrachtung der vielfältigen Interaktionen und Erfahrungen, die sich aus dem Zusammenkommen so vieler unterschiedlicher Menschen an einem Ort ergeben. Kapitel 26 Das Chaos des Ausschiffens Ein absurdes Ende einer idyllischen Reise Im 26. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählung tauchen wir in das hektische und oft chaotische Erlebnis des Ausschiffens ein. Dieses Kapitel beleuchtet mit Humor die absurden Momente, die sich am Ende der Kreuzfahrt ergeben, wenn Passagiere versuchen, das Schiff zu verlassen und zurück in die Realität zu kehren. Stellen Sie sich den letzten Morgen der Kreuzfahrt vor. Die entspannte Atmosphäre der vergangenen Tage wird plötzlich von einer spürbaren Spannung abgelöst. Überall auf dem Schiff sind Passagiere damit beschäftigt, ihre Koffer zu packen, letzte Rechnungen zu begleichen und sich auf das Ausschiffen vorzubereiten. Das Chaos beginnt oft schon beim Frühstück. Das sonst so üppige Buffet verwandelt sich in ein Schlachtfeld, wo jeder versucht, noch ein letztes Mal seine Lieblingsspeisen zu ergattern. Anschließend folgt der Versuch, sich mit Gepäck und Familie durch enge Gänge und überfüllte Aufzüge zu den Ausschiffungspunkten zu quetschen. Dann kommt der Moment des eigentlichen Ausschiffens eine Prozedur, die an Organisiertheit fehlt und oft zu langen Warteschlangen und Verwirrung führt. Passagiere stehen in Schlangen, die sich scheinbar endlos durch das Schiff schlängeln, jeder ungeduldig und bereit, endlich von Bord zu gehen. Die Ankündigungen über Lautsprecher tragen oft mehr zur Verwirrung als zur Klärung bei, und das Finden des richtigen Weges wird zu einem Spiel, das einer Schnitzeljagd gleicht. Und wenn sie endlich das Schiff verlassen, wartet das nächste Abenteuer am Hafen die Suche nach dem richtigen Transportmittel, um zum Flughafen oder Bahnhof zu gelangen. In diesem Kapitel betrachten wir das Ausschiffen mit einer Mischung aus Humor und Mitgefühl. Es ist eine Anerkennung der Herausforderungen, die das Ende einer jeden Reise mit sich bringt, und eine humorvolle Erinnerung daran, dass selbst das perfekte Urlaubsende seine eigenen Tücken haben kann. Kapitel 27 Das Dilemma der Themennichte verkleiden oder nicht verkleiden Im 27. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten begeben wir uns in die Welt der Themennichte jener Abende an Bord, die Passagiere vor die Wahl stellen, sich dem Thema entsprechend verkleiden oder nicht. Dieses Kapitel beleuchtet die Humorwollen und manchmal peinlichen Situationen, die entstehen, wenn Kreuzfahrtgäste sich entscheiden, in die Welt der Kostüme und Rollenspiele einzutauchen. Stellen Sie sich vor, die Ankündigung für die anstehende Piratennacht oder den Galaabend wird gemacht und das Schiff füllt sich mit einer Mischung aus Vorfreude und Verwirrung. Einige Passagiere nehmen diese Gelegenheiten ernst und erscheinen in aufwändigen Kostümen, die sie extra für solche Anlässe mitgebracht haben. Andere wiederum bevorzugen es, sich zurückzuhalten und das Spektakel aus sicherer Entfernung zu beobachten. Die Themennichte verwandeln das Schiff in eine Bühne, auf der sich die Gäste in Charaktere verwandeln. Da gibt es diejenigen, die sich mit Begeisterung in Piraten, Filmstars oder Charaktere aus vergangenen Jahrzehnten verwandeln. Die Kreativität und das Engagement einiger Gäste sorgen oft für Staunen und Bewunderung. Doch für jeden, der im Mittelpunkt steht, gibt es auch jene, die sich unwohl in ihrer Rolle fühlen. Die Unsicherheit, ob man übertrieben oder nicht genug angezogen ist, führt zu einer Reihe von komischen Momenten. Die zaghaften Blicke der nicht verkleideten, auf die ausgelassen tanzenden Verkleideten, sind ein Schauspiel für sich. Trotz der Unterschiede in der Herangehensweise an diese Nächte bieten sie eine einzigartige Gelegenheit, sich von einer anderen Seite zu zeigen und neue Facetten an Mitreisenden zu entdecken. Sie sind eine Quelle der Unterhaltung und manchmal auch der Selbstentdeckung. In diesem Kapitel feiern wir die Themennichte als einen integralen, wenn auch manchmal verwirrenden Teil des Kreuzfahrterlebnisses. Sie bieten eine Bühne für Humor, Kreativität und manchmal auch für ein kleines bisschen Peinlichkeit. Kapitel 28 Die Schlacht um die Sonnenliegen ein tägliches Ritual im Morgengrauen. Im 28. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten widmen wir uns einem der klassischen und Humorwollen-Szenarien an Bord, der täglichen Schlacht um die Sonnenliegen. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Augenzwinkern das morgendliche Ritual, das sich um die begehrten Plätze am Pool und in den Sonnenbereichen des Schiffes dreht. Stellen Sie sich vor, der Morgen bricht an und mit ihm die stillschweigende Herausforderung, eine der begehrten Sonnenliegen zu sichern. Noch bevor das Frühstücksbuffet öffnet, schleichen sich die ersten Passagiere auf das Deck, bewaffnet mit Büchern, Handtüchern und persönlichen Gegenständen, um ihr Territorium zu markieren. Diese, Handtuchreservierungen, werden zu einer Kunstform, bei der jeder CM des Decks strategisch genutzt wird. Einige Gäste haben ihre Technik perfektioniert und schaffen es, mehrere Ligen gleichzeitig zu besetzen, während andere verwirrt umherwandern, auf der Suche nach einem freien Platz. Die Situation eskaliert oft zu einem stillen, aber intensiven Wettstreit, bei dem die frühen Vögel triumphieren und die Spätaufstär sich mit den verbliebenen, weniger begehrten Plätzen zufriedengeben müssen. Gelegentlich kommt es zu hitzigen Diskussionen und absurden Verhandlungen über die Eigentumsrechte, an einer Sonnenliege. Doch trotz der Konkurrenz und des gelegentlichen Ärgers ist die Jagd nach der perfekten Sonnenliege oft eine Quelle der Belustigung. Das heimliche Beobachten der anderen Gäste, die ähnliche Taktiken anwenden, und das Teilen von Geschichten und Taktiken mit Mitreisenden werden Teil des täglichen Unterhaltungsprogramms. In diesem Kapitel erkunden wir das humorvolle Phänomen der Ligenpolitik auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist eine amüsante Betrachtung des menschlichen Verhaltens im Urlaubsmodus und eine Erinnerung daran, dass selbst in der entspanntesten Umgebung der Wettbewerb um die besten Plätze ein unvermeidliches Ritual bleibt. Kapitel 29 Das Drama der verpassten Landausflüge Verwirrung und Hetze an Land Im 29. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählung tauchen wir in die Dramen ein, die sich entfalten, wenn Passagiere ihre Landausflüge verpassen. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Augenzwinkern die hektischen und manchmal komischen Situationen, die entstehen, wenn die sorgfältig geplanten Ausflüge nicht ganz nach Plan verlaufen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem fremden Land, der Wecker hat versagt oder Sie haben die Zeitzone nicht beachtet. Sie erwachen zu der erschreckenden Erkenntnis, dass der Bus für ihren lang ersehnten Landausflug ohne sie abgefahren ist. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um irgendwie zum geplanten Zielort zu gelangen. Einige Passagiere finden sich in wilden Taxifahrten wieder, die einem Actionfilm würdig wären, in der Hoffnung, die Tourgruppe einzuholen. Andere wiederum irren planlos durch die Hafenstadt, versuchen, mit einer Kombination aus gebrochenem Englisch und wilden Gästen den Weg zu finden. Dann gibt es diejenigen, die beschließen, ihren eigenen, improvisierten Landausflug zu machen. Sie stolpern über versteckte Juwelen der Stadt, die nicht im Reiseführer stehen, oder finden sich in skurrilen lokalen Geschäften und Cafés wieder, die zu unerwarteten Höhepunkten ihrer Reise werden. Die Rückkehr zum Schiff ist oft ebenso dramatisch. Die Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren und vom Schiff verlassen, zu werden, führt zu nervenaufreibenden Szenen am Hafen. Die Erleichterung, das Schiff in letzter Minute zu erreichen, wird manchmal von einem Spießroutenlauf aus spöttischen Bemerkungen der Mitreisenden begleitet. In diesem Kapitel erkunden wir die Turbulenzen und Missgeschicke, die mit verpassten Landausflügen einhergehen. Es ist eine humorvolle Betrachtung der Unvorhersehbarkeiten des Reisens und eine Erinnerung daran, dass manchmal die unerwarteten Abenteuer die besten Geschichten liefern. Kapitel 30 Das Geheimnis der Kreuzfahrt des Satz süße Versuchungen und Kalorien zählen Im dreißigsten Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen steuern wir die süße Welt der Kreuzfahrt des Satz an. Dieses Kapitel enthüllt mit Humor die Versuchungen und Herausforderungen, die sich ergeben, wenn Passagiere mit einer scheinbar unendlichen Auswahl an Desserts konfrontiert werden. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Dessertbuffet einer schimmernden Auslage voller Kuchen, Torten, Musse und exotischer Früchte. Jedes Stück sieht aus wie ein kleines Kunstwerk, und der Geruch von Schokolade und frischgebackenem Gebäck liegt in der Luft. Die Versuchung, von allem ein wenig zu probieren, ist fast unwiderstehlich. Doch mit jeder süßen Verführung kommt das stille Bewusstsein der zusätzlichen Kalorien. Jedes Mal, wenn Sie zum Dessertlöffel greifen, findet ein innerer Kampf statt das Vergnügen des Augenblicks gegen die Vernunft der Gesundheit. Die Kreuzfahrt des Satz werden zu Symbolen des Urlaubs Momente des Genusses, die jedoch oft von einem Hauch von Schuld begleitet werden. Einige Passagiere nehmen es mit Humor und beschließen, dass Kalorien auf hoher sie nicht zählen. Sie tauchen ein in die Welt der süßen Genüsse und genießen jeden Bissen als Teil des Urlaubserlebnisses. Andere wiederum gehen strategischer vor, wählen sorgfältig aus und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Genuss und Vernunft zu finden. Die Dessertküche an Bord sind wahre Meister ihres Fachs. Sie beobachten mit einem Lächeln, wie ihre Kreationen bewundert, fotografiert und genossen werden. Ihr Talent, immer wieder neue Geschmackserlebnisse zu kreieren, trägt maßgeblich zum kulinarischen Erlebnis der Kreuzfahrt bei. In diesem Kapitel feiern wir die süßen Versuchungen und die kleinen Freuden, die sie bringen. Es ist eine humorvolle Betrachtung der Freude am Essen und der kleinen Kämpfe, die wir mit uns selbst ausfechten, wenn wir vor der Wahl zwischen Verführung und Vernunft stehen. Kapitel 31 Die Ironie des entspannenden Spa-Erlebnisses zwischen Ruhe und Komik Im 31. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen widmen wir uns der oft ironischen Erfahrung der Spa-Besucher an Bord. Dieses Kapitel erkundet mit einem Humor wollen Blick die Situationen, die sich entfalten, wenn Passagiere die vermeintlich entspannende Welt des Spars betreten, nur um sich unerwarteten und manchmal komischen Herausforderungen zu stellen. Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach etwas Ruhe und buchen eine Behandlung im Schiffsspa, erwartend, sich in eine Welt der Entspannung und des Wohlbefindens zu begeben. Bei Ihrer Ankunft werden Sie jedoch von der belebten Atmosphäre überrascht, die mehr an einen belebten Markt als an einen ruhigen Rückzugsort erinnert. Während Ihrer Massage finden Sie sich vielleicht in einem Raum wieder, dessen dünne Wände wenig Schutz vor den Geräuschen des angrenzenden Fitnessstudios oder den lebhaften Gesprächen im Wartebereich bieten. Die erhoffte Stille wird stattdessen zu einem Hintergrund aus Laufbandgeräuschen und sporadischen Durchsagen. Dann gibt es die Behandlungen selbst, die manchmal mehr über die Fähigkeit des Personals aussagen, Produkte zu verkaufen, als über ihre Fähigkeiten in der Massage oder Hautpflege. Die Entspannung weicht einer subtilen Verkaufsveranstaltung, bei der Sie sich fragen, ob die Erholung oder der Verkauf von Cremes und Ölen im Vordergrund steht. Trotz dieser Herausforderungen finden viele Passagiere Momente der Freude und des Lachens in der Absurdität dieser Situationen. Die Interaktionen mit dem Personal, die manchmal verlorenen Übersetzungen und die unerwarteten Unterbrechungen werden zu Geschichten, die man nach der Reise gern erzählt. In diesem Kapitel erkunden wir die ironischen und humorwollen Seiten der Spa-Erlebnisse an Bord. Es ist eine Erinnerung daran, dass Entspannung manchmal eine Frage der Perspektive ist und das selbst in den ruhigsten Momenten Raum für ein wenig komisch sein kann. Kapitel 32 Die Kapriolen des Kreuzfahrtwetters zwischen Sonnenschein und Sturmböen Im 32. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen begeben wir uns auf eine Reise durch die unberechenbare Welt des Kreuzfahrtwetters. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem humorwollen Blick, wie das Wetter auf Sie Pläne durchkreuzen, überraschen und für unerwartete Wendungen sorgen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren perfekten Tag an Deck geplant Sonnenbaden, ein Buch lesen, vielleicht ein wenig im Pool planschen. Doch kaum haben Sie es sich bequem gemacht, ziehen dunkle Wolken auf, und innerhalb von Minuten verwandelt sich Ihr sonniger Tag in eine nasse Angelegenheit. Die Schnelligkeit, mit der das Wetter umschlagen kann, wird zu einem ständigen Anlass für Späße und Spekulationen unter den Passagieren. Dann gibt es die Tage, an denen das Meer etwas rauer wird. Die sanften Wellen, die das Schiff bisher wiegend in den Schlaf versetzt haben, verwandeln sich plötzlich in schwankende Bewegungen, die den Gang zum Abendessen zu einer Herausforderung machen. Das Geschirr klirrt, die Gläser rutschen über die Tische, und jeder Schritt erfordert eine strategische Planung. Aber es sind nicht nur die Unannehmlichkeiten, die das Kreuzfahrtwetter mit sich bringt. Es gibt auch die magischen Momente, wenn nach einem Sturm ein atemberaubender Regenbogen erscheint oder wenn Sie das seltene Phänomen eines Meeresleuchtens erleben. Diese Momente werden zu den Highlights der Reise, unvergesslichen Naturshowspielen, die alle Unannehmlichkeiten wettmachen. Trotz der Unwägbarkeiten und Überraschungen, die das Wetter mit sich bringt, ist es auch eine Quelle des Humors und der Gemeinschaft. Das gemeinsame Erleben dieser Wetterkapriolen, sei es bei einem ungeplanten Sturm oder einem spektakulären Sonnenuntergang, schweißt die Passagiere zusammen und sorgt für Gesprächsstoff und gemeinsame Lacher. In diesem Kapitel erkunden wir die Kapriolen des Kreuzfahrtwetters, die sowohl für Herausforderungen als auch für unerwartete Freuden sorgen. Es ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit einem der unberechenbarsten Aspekte des Seereisens und eine Erinnerung daran, dass die besten Kreuzfahrterlebnisse oft die sind, die wir nicht planen können. Kapitel 33 Die Kuriositäten des Bordkinos Filmabende auf Horsi Im 33. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen tauchen wir in die Welt des Bordkinos ein, eine Quelle der Unterhaltung und manchmal auch der Komik. Dieses Kapitel beleuchtet die Kuriositäten und Überraschungen, die mit den Filmabenden auf dem Schiff einhergehen. Stellen Sie sich einen entspannten Abend vor, an dem Sie sich entscheiden, das Bordkino zu besuchen. Die Vorstellung des Films, oft ein Blockbuster oder ein Familienklassiker, verspricht eine willkommene Abwechslung. Doch das Kinoerlebnis auf sie hat seine eigenen, einzigartigen Wendungen. Zunächst die Wahl des Sitzplatzes eine strategische Entscheidung, die durch das Schaukeln des Schiffes beeinflusst wird. Ein Platz zu weit vorne kann bei stärkerem Wellengang zu einer Herausforderung für das Gleichgewicht werden. Und dann ist da noch die Temperatur im Kinosaal, die von eisig kalt bis angenehm warm variieren kann. Die Vorführungen selbst sind oft von technischen Kuriositäten geprägt. Mal ist der Ton zu leise oder zu laut, mal gibt es Probleme mit der Bildqualität. Die Reaktionen der Passagiere reichen von amüsiertem Lachen über kleine Pannen bis hin zu kollektivem Stöhnen, wenn der Film plötzlich stoppt. Ein weiterer Aspekt des Bordkinos ist die Auswahl der Filme. Manchmal fühlt es sich an, als würde die gleiche Handvoll Filme in einer Endlosschleife gespielt. Dies führt zu Situationen, in denen Passagiere beginnen, die Dialoge mitzusprechen oder Wetten darüber abzuschließen, welcher Film als nächstes gezeigt wird. Trotz dieser Tücken wird das Bordkino zu einem beliebten Treffpunkt. Es ist ein Ort, an dem sich Passagiere versammeln, um gemeinsam zu lachen, zu weinen und sich von der Magie des Films entführen zu lassen. Die gemeinsamen Kinoabende werden zu einem Teil des Gemeinschaftserlebnisses, das eine Kreuzfahrt ausmacht. In diesem Kapitel feiern wir die Kuriositäten und Freuden des Bordkinos. Es ist eine humorvolle Betrachtung eines der unterhaltsamsten Aspekte des Kreuzfahrtschefes und eine Erinnerung daran, dass manchmal die unvollkommenen Momente die schönsten Erinnerungen schaffen. Kapitel 34 Die Abenteuer der Kreuzfahrtschoß zwischen Glamour und Peinlichkeit Im 34. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten widmen wir uns den abendlichen Schoß an Bord, die eine Mischung aus Glamour, Talent und manchmal unfreiwilliger Komik bieten. Dieses Kapitel erkundet die bunten und oft unerwarteten Aspekte der Unterhaltungsprogramme, die jeden Abend auf dem Schiff stattfinden. Stellen Sie sich eine der großen Showabende vor. Der Vorhang hebt sich, und das Publikum wird mit einer spektakulären Darbietung begrüßt, Tänzer in glitzernden Kostümen, Sänger mit kraftvollen Stimmen und Akrobaten, die atemberaubende Kunststücke vorführen. Diese Momente sind oft die Highlights des Tages, Quellen des Staunens und der Bewunderung. Doch nicht jede Show verläuft reibungslos. Manchmal sorgt ein Fehltritt eines Tänzers, ein verfehlter Ton eines Sängers oder eine nicht ganz gelungene Zaubertrickdarbietung für unfreiwillige Lacher im Publikum. Diese kleinen Pannen verleihen den Shows eine menschliche Not und werden oft zu den am meisten besprochenen Momenten der Reise. Ein weiteres Element der Kreuzfahrtshows ist die Einbindung des Publikums. Von Karaokeabenden bis hin zu Talentwettbewerben, bei denen Passagiere die Bühne erobern, gibt es immer Möglichkeiten für die Gäste, selbst Teil der Show zu werden. Diese Momente sind mal herzerwärmend, mal peinlich, aber immer unterhaltsam. Die Auswahl der Shows kann von klassischen Broadway-Musicals bis hin zu modernen Tanzshows reichen, was manchmal zu einer Kluft zwischen den Erwartungen verschiedener Altersgruppen führt. Während die jüngeren Passagiere von modernen Darbietungen begeistert sein mögen, sehnen sich ältere Gäste vielleicht nach traditionelleren Formen der Unterhaltung. In diesem Kapitel feiern wir die Vielfalt und die Überraschungen, die die abendlichen Shows auf Kreuzfahrtschiffen mit sich bringen. Es ist eine Anerkennung des Talents und der harten Arbeit der Künstler und eine humorvolle Betrachtung der Momente, die diese Shows so unvergesslich machen. Kapitel 35 Die Odyssee der Essenszeiten Ein gastronomisches Puzzlespiel Im 35. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen begeben wir uns auf die turbulente Reise durch die Essenszeiten an Bord. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Humorwollenblick die Herausforderungen und Kuriositäten, die sich bei dem Versuch ergeben, Mahlzeiten inmitten der zahlreichen Aktivitäten und Unterhaltungsangebote zu planen und zu genießen. Stellen Sie sich den täglichen Spagat vor, den Essenszeiten gerecht zu werden. Das Frühstück, das oft eine breite Zeitspanne umfasst, scheint einfach zu sein, bis Sie feststellen, dass Ihre geplante Morgengymnastik oder der Frühausflug mit der besten Zeit für ein ausgiebiges Frühstück kollidiert. So beginnt der Tag mit dem ersten Puzzlespiel. Wie kombiniert man eine nahhafte Mahlzeit mit dem vollen Terminkalender? Dann kommt das Mittagessen, das oft genau dann stattfindet, wenn Sie mitten in einer Aktivität oder einem Landausflug stecken. Die Wahl zwischen einem schnellen Snack oder einer verpassten Gelegenheit, das Sonnendeck zu genießen, wird zu einer täglichen Entscheidungsfrage. Für manche wird das Mittagessen zu einer hastigen Angelegenheit, eingeklemmt zwischen Poolzeit und Nachmittagsveranstaltungen. Das Abendessen, das Highlight des Tages, bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Die Entscheidung, ob man sich für das formelle Speisesaalerlebnis oder ein lägeres Essen im Buffetrestaurant entscheidet, wird oft von der Erschöpfung des Tages und den Anforderungen des Abendprogramms beeinflusst. Nicht selten findet man sich in der Situation wieder, zwischen einem schnellen Essen und der rechtzeitigen Ankunft für die Abendshow zu jonglieren. Ein weiteres Element der Essenszeit-Odyssee sind die Mitreisenden. Gemeinsame Mahlzeiten werden zu sozialen Ereignissen, bei denen man neue Bekanntschaften schließt oder sich mit Freunden trifft. Diese Interaktionen können die Mahlzeiten bereichern, aber auch zu unerwarteten Verzögerungen führen, wenn Gespräche sich in die Länge ziehen. In diesem Kapitel erkunden wir die komischen und manchmal chaotischen Aspekte der Essenszeiten auf Kreuzfahrtschiffen. Kapitel 36 Die Verwirrung der Zeitumstellungen Ein Tanz mit den Zeitzonen Im 36. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen wenden wir uns einem allgegenwärtigen, aber oft übersehenen Aspekt des Lebens auf sie zu, den Zeitumstellungen. Dieses Kapitel beleuchtet mit Humor die Verwirrung und die komischen Situationen, die entstehen, wenn das Schiff verschiedene Zeitzonen durchquert. Stellen Sie sich die Szene vor, Sie sind auf einer Kreuzfahrt, die Sie durch verschiedene Zeitzonen führt. Jede Nacht, manchmal auch mitten am Tag, werden die Ohren umgestellt, um der lokalen Zeit des nächsten Hafens zu entsprechen. Diese scheinbar einfache Anpassung kann jedoch zu einer Quelle der Verwirrung und des Chaos werden. Da ist zum Beispiel das morgendliche Rätselraten, haben wir die Uhr vor- oder zurückgestellt. Das Ergebnis ist oft ein Speisesaal voller frühstückender Gäste, die entweder eine Stunde zu früh oder zu spät erscheinen. Die Gesichter reichen von selbstzufriedenem Stolz bis zu verwirrter Frustration. Dann gibt es die Herausforderung, sich an die neue Zeit anzupassen. Einige Passagiere passen sich mühelos an, während andere tagelang mit dem Jetlag kämpfen, auch wenn sie nie einen Flugzeugflügel gesehen haben. Die ständigen Veränderungen werden zum Gesprächsthema an Bord und sorgen für einen unerwarteten Gemeinschaftssinn unter den Reisenden. Die Zeitumstellungen führen auch zu kuriosen Momenten, wie dem unerwarteten Versäumen von Aktivitäten oder dem plötzlichen Erwachen mitten in der Nacht, weil der Körper sich noch an die alte Zeitzone erinnert. Diese kleinen Missgeschicke werden oft mit Humor aufgenommen und zu den lustigen Anekdoten gezählt, die man nach der Reise erzählt. In diesem Kapitel erkunden wir die lustigen und manchmal absurden Seiten der Zeitumstellungen auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit einem Aspekt des Seereisens, der oft übersehen wird, aber dennoch wesentlich zum Erlebnis beiträgt. Kapitel 37 Die Kapriolen des Kreuzfahrtinternets Digitale Detox Widerwillen Im 37. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen tauchen wir in die Welt des oft unzuverlässigen und teuren Kreuzfahrtinternets ein. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Augenzwinkern die Herausforderern gehen und komischen Situationen, die entstehen, wenn Passagiere versuchen, an Bord online zu bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Sie und möchten nur schnell Ihre E-Mails checken oder einen Beitrag in den sozialen Medien teilen. Was zu Hause eine Selbstverständlichkeit ist, wird auf dem Kreuzfahrtschiff zu einem Abenteuer. Die Verbindung ist langsam, wenn sie überhaupt funktioniert, und die Kosten für das WLAN sind oft astronomisch hoch. Viele Passagiere erleben eine unfreiwillige digitale Entgiftung, die sie in die Tiefen der Frustration oder in die Freiheit der Unverbundenheit führt. Da wird die Jagd nach dem besten WLAN-Signal zum täglichen Ritual. Sie sehen Menschen in bizarren Posen in den Gängen stehen oder sich in seltsame Ecken des Schiffes quetschen, nur um ein paar Balken Empfang zu ergattern. Dann gibt es die Momente, in denen das Internet plötzlich ausfällt, oft genau dann, wenn sie mitten in einer wichtigen Konversation sind oder versuchen, ein Foto hochzuladen. Die kollektiven Säufzer und Kopfschütteln, die diesen Ausfällen folgen, sind ein gemeinsamer Ausdruck des digitalen Leidens. Trotz dieser Herausforderungen bietet das eingeschränkte Internet an Bord auch die Gelegenheit, sich von den Bildschirmen zu lösen und das reale Leben um sich herum wiederzünddecken. Gespräche mit Mitreisenden, das Eintauchen in ein gutes Buch oder einfach das Beobachten des Meeres werden zu wertvollen Erfahrungen, die in der digitalen Welt oft verloren gehen. In diesem Kapitel erkunden wir die Kapriolen des Kreuzfahrt-Internets als metaphorische Reise von der digitalen Welt zurück zur realen Welt. Es ist eine humorvolle Betrachtung der digitalen Herausforderungen an Bord und eine Erinnerung an die Schönheit und den Wert unmittelbarer menschlicher Erfahrungen. Kapitel 38 Die Saga der verlorenen Gegenstände eine Schatzsuche auf Hoasi Im 38. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen begeben wir uns auf die Spur der verlorenen Gegenstände ein alltägliches Drama, das auf dem Kreuzfahrtschiff oft zu einer humorvollen Schatzsuche wird. Dieses Kapitel beleuchtet die komischen und manchmal verzweifelten Bemühungen der Passagiere, ihre verlorenen Schätze wiederzufinden. Stellen Sie sich die Szene vor, Sie sind an Bord eines riesigen Kreuzfahrtschiffs, einer schwimmenden Stadt voller Ecken, Nischen und Gemeinschaftsräume. In diesem Labyrinth verlieren Dinge wie Sonnenbrillen, Hüte oder sogar Kameras auf mysteriöse Weise ihren Besitzer. Die Suche nach diesen verlorenen Gegenständen verwandelt sich oft in eine Art Detektivspiel. Da gibt es die Ankündigungen über das Lautsprechersystem, die verlorene Gegenstände beschreiben und ihre Besitzer zum Fundbüro bitten. Diese Durchsagen sind oft so vage, dass sich eine Schar von Passagieren mit der Hoffnung versammelt, dass der beschriebene Gegenstand ihrer sein könnte. Die Gesichter der Menschen im Fundbüro erzählen ihre eigenen Geschichten von Erleichterung, wenn ein verloren geglaubter Gegenstand wieder in die Arme geschlossen wird, bis hin zur Enttäuschung, wenn die Suche erfolglos bleibt. Es gibt auch jene Momente der Verlegenheit, wenn ein Passagier etwas abholt, das besser unentdeckt geblieben wäre. Die Suche führt oft zu unerwarteten Begegnungen und Gesprächen. Mitreisende werden zu Verbündeten in der Jagd nach dem Verlorenen, und die Crewmitglieder zeigen oft eine bemerkenswerte Geduld und Hilfsbereitschaft, wenn es darum geht, den Passagieren bei ihrer Suche zu helfen. In diesem Kapitel erkunden wir die Saga der verlorenen Gegenstände an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Es ist eine humorvolle Betrachtung der kleinen Dramen und Abenteuer, die mit der Suche nach persönlichen Besitztümern einhergehen, und eine Anerkennung der Gemeinschaft, die sich oft im Gemeinsamen bestreben, verlorene Schätze wiederzufinden, bildet. Kapitel 39 Die Ironie des Kreuzfahrtshoppings zwischen Schnäppchenjagd und Souvenirfallen Im 39. Kapitel unserer Kreuzfahrtgeschichten tauchen wir in die Welt des Kreuzfahrtshoppings ein, eine Erfahrung, die ebenso reich an Versuchungen wie voller Ironien ist. Dieses Kapitel beleuchtet humorvoll die Dynamik des Einkaufens an Bord und an Land, von überteuerten Souvenirs bis hin zu den vermeintlichen Schnäppchen, die oft mehr Schein als sein sind. Stellen Sie sich die glitzernden Shops an Bord vor, gefüllt mit Schmuck, Parfüm und Designerkleidung. Für viele Passagiere wird das Bummeln durch diese Läden zu einem festen Bestandteil des Kreuzfahrterlebnisses. Doch hinter dem Glanz und Glamour verbirgt sich oft die Ironie überteuerter Preise und cleverer Verkaufstaktiken. Dann gibt es die Landausflüge, bei denen die lokalen Märkte und Souvenirläden ihre eigenen Fallen stellen. Jeder Hafen scheint die authentischen, und einzigartigen, Produkte des jeweiligen Landes zu verkaufen, die sich jedoch erstaunlich oft ähneln. Die Suche nach dem perfekten Andenken verwandelt sich schnell in eine Odyssee durch eine Welt von Kitsch und Massenware. Die Verhandlungen über Preise, oft ein integraler Bestandteil des Einkaufens in vielen Ländern, werden zu einer Quelle der Belustigung und manchmal des Unbehagens. Die Kunst des Fallshens wird zu einem Tanz zwischen Schnäppchenjagd und dem unangenehmen Gefühl, übers Ohr gehauen zu werden. Aber trotz der Übertreibungen und Fallen hat das Kreuzfahrtshopping auch seine charmanten Seiten. Die Freude, ein wirklich einzigartiges Stück zu finden, die Geschichten der lokalen Verkäufer und die Erinnerungen, die mit diesen Einkäufen verbunden sind, machen jede Souvenirjagd zu einem unvergesslichen Teil der Reise. In diesem Kapitel erkunden wir die Ironien und Freuden des Shoppings auf Kreuzfahrten. Es ist eine humorvolle Betrachtung der Komplexität und der kleinen Abenteuer, die mit dem Einkaufserlebnis auf See und an Land verbunden sind, und eine Erinnerung daran, dass manchmal der Prozess des Einkaufens genauso wertvoll ist wie die gekauften Gegenstände selbst. Kapitel 40 – Das Abenteuer der Selbstbedienungsbüffets – Ein kulinarisches Labyrinth Im 40. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen stürzen wir uns in das lebhafte und manchmal chaotische Abenteuer der Selbstbedienungsbüffets. Dieses Kapitel betrachtet mit einem Humor wollen Blick die Herausforderungen und komischen Situationen, die sich in der Welt der endlosen Speisen und der Selbstbedienung ergeben. Stellen Sie sich das riesige, glänzende Buffet vor, das sich wie ein kulinarisches Labyrinth über das gesamte Deck erstreckt. Hier finden Sie alles, von exotischen Gerichten bis hin zu vertrauten Komfortspeisen. Die Auswahl ist überwältigend, und schon beim Anblick der verschiedenen Stationen beginnt ein inneres Ringen, was soll ich zuerst probieren? Die Herausforderung beginnt mit dem Finden eines freien Tisches. Die besten Plätze sind schnell besetzt, und oft findet man sich in einem Spiel des Tischjägers, das eine Mischung aus Geschicklichkeit und Glück erfordert. Haben Sie erst einmal einen Platz ergattert, geht es zurück zum Buffet, bewaffnet mit einem leeren Teller und großen Erwartungen. Das Navigieren durch die Menschenmenge, die sich um die beliebtesten Speisen drängt, kann zu einer komischen Angelegenheit werden. Da ist der stille Kampf um das letzte Stück des beliebten Nachttischs, die ungeschriebenen Regeln des Anstehens und die manchmal verzweifelten Versuche, alles auf einen Teller zu bekommen, ohne dass etwas herunterfällt. Die Interaktionen am Buffet sind oft ebenso interessant wie das Essen selbst. Da gibt es die entschlossenen Gourmetjäger, die jedes Gericht probieren wollen, und die vorsichtigen Esser, die sich an ihre Lieblingsspeisen halten. Die Beobachtungen und kleinen Gespräche, die am Buffet entstehen, werden zu einem Teil des Unterhaltungswertes. In diesem Kapitel erkunden wir die Freuden und Tücken der Selbstbedienungsbuffets auf Kreuzfahrtschefen. Es ist eine humorvolle Betrachtung des täglichen kulinarischen Abenteuers, das sich in der Vielfalt der Speisen und der Dynamik der Menschenmenge entfaltet. Kapitel 41 Die Komödie der Gruppenfotos zwischen Lächeln und Grimassen Im 41. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen widmen wir uns der oft Humorwollen und manchmal chaotischen Erfahrung der Gruppenfotografie. Dieses Kapitel beleuchtet die komischen Momente, die entstehen, wenn Passagiere versuchen, das perfekte Gruppenfoto als Erinnerung an ihre Seereise festzuhalten. Stellen Sie sich die Szene vor, es ist der letzte Abend der Kreuzfahrt, und eine Gruppe von neu gefundenen Freunden beschließt, diesen Moment mit einem Gruppenfoto festzuhalten. Was einfach klingt, wird schnell zu einer komödiantischen Herausforderung. Da ist das Ringen um die beste Position, das Vermeiden von Verdeckungen, und natürlich der Kampf, alle auf einmal lächeln zu lassen. Die Suche nach dem perfekten Hintergrund führt oft zu abenteuerlichen Unternehmungen. Von der Spitze des Schiffsdecks mit wehenden Haaren bis hin zum eleganten Foyer jeder Ort bietet seine eigenen Herausforderungen und Gelegenheiten für unerwartete Fotobomben. Dann gibt es die technischen Typen. Die Frage, wer das Foto macht, führt oft zu einem Hin und Her, bis schließlich ein freundlicher Passant oder Co-Mitglied um Hilfe gebeten wird. Die anschließende Erklärung, wie die Kamera oder das Smartphone funktioniert, wird zu einem Teil des Unterhaltungswertes. Die besten Momente entstehen oft, wenn etwas schief geht. Jemand blinzelt, ein anderer schaut in die falsche Richtung, und manchmal gibt es diesen einen, der genau im falschen Moment eine Grimasse zieht. Diese unvollkommenen Fotos werden oft zu den beliebtesten Erinnerungen, die die Authentizität und die Freude des Moments einfangen. In diesem Kapitel erkunden wir die Komödie und die kleinen Freuden, die mit der Gruppenfotografie auf Kreuzfahrten verbunden sind. Es ist eine humorvolle Betrachtung der Versuche, den perfekten Moment festzuhalten, und eine Erinnerung daran, dass oft die unperfekten Bilder die besten Geschichten erzählen. Kapitel 42 Die Herausforderungen des Bordtheaters von Aufführungen bis Applaus Im 42. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen begeben wir uns hinter die Kulissen des Bordtheaters, einem Ort voller Dramatik, Komödie und gelegentlichen Missgeschicken. Dieses Kapitel beleuchtet mit Humor die Herausforderungen, die sowohl für die Darsteller als auch für das Publikum mit Theateraufführungen auf sie verbunden sind. Stellen Sie sich den pulsierenden Nervenkitzel einer Theateraufführung an Bord vor. Die Darsteller und die Crew arbeiten hart, um eine makellose Show zu präsentieren, doch das Leben auf sie bringt seine eigenen, unerwarteten Herausforderungen mit sich. Von schaukelnden Bühnen, die das Gleichgewicht der Darsteller auf die Probe stellen, bis hin zu technischen Pannen, die durch das schwankende Schiff verursacht werden, ist jede Aufführung ein Abenteuer für sich. Das Publikum, eine bunte Mischung aus Kreuzfahrtgästen aller Altersgruppen und Hintergründe, bringt seine eigene Dynamik in das Theater. Einige sind treue Theaterbesucher, die jede Aufführung besuchen und enthusiastisch applaudieren. Andere wiederum stolpern zufällig hinein, manchmal in der Hoffnung auf eine kurze Abwechslung oder einfach, um dem Trubel des Schiffes zu entfliehen. Die Interaktion zwischen Bühne und Zuschauerraum kann zu einigen der unterhaltsamsten Momente führen. Da gibt es das spontane Mitsingen oder Klatschen des Publikums, das gelegentliche Handy klingeln, das die Darsteller aus der Fassung bringt, oder die herzlichen, manchmal unbeholfenen Standing-Ovations am Ende einer gelungenen Show. Dann sind da die unerwarteten Talente unter den Passagieren, die während der offenen Mikrofonnächte oder Talentwettbewerber ans Licht kommen. Diese Abende, in denen Gäste zu Stars werden, sind oft voller Überraschungen und sorgen für einige der authentischsten und berührendsten Momente der Kreuzfahrt. In diesem Kapitel erkunden wir die Welt des Sporttheaters als einen Ort voller kreativer Energie, unerwarteter Wendungen und gemeinschaftlicher Freude. Es ist eine humorvolle und liebevolle Betrachtung der Kunst des Theaters auf sie und der gemeinsamen Erfahrungen, die in diesen magischen Räumen entstehen. Kapitel 43 Die Geschichten hinter den Kulissen verborgene Welten eines Kreuzfahrtschiffes Im 43. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes. Dieses Kapitel beleuchtet die oft unsichtbaren, aber faszinierenden Aspekte des Schiffsbetriebs und die Geschichten der Menschen, die diese schwimmenden Städte am Laufen halten. Stellen Sie sich die unzähligen Gänge und Räume vor, die sich unterhalb der glänzenden Passagierdecks befinden. Hier befindet sich das Herz des Schiffes, ein Labyrinth aus Küchen, Wäschereien, Crewunterkünften und technischen Anlagen. Jeder dieser Orte birgt seine eigenen Geschichten und Geheimnisse. Die Crewmitglieder, von den Köchen und Reinigungskräften bis hin zu den Ingenieuren und Offizieren, sind die unausgesprochenen Helden jeder Kreuzfahrt. Ihr tägliches Leben auf sie ist ein Balanceakt zwischen harter Arbeit und dem Leben in einer engen Gemeinschaft. Die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind von der Zubereitung tausender Mahlzeiten bis zur Wartung komplexer Maschinen sind oft unsichtbar für die Passagiere, aber von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Reise. Es gibt auch die Geschichten von Freundschaften und Beziehungen, die innerhalb der Crew entstehen, sowie die kulturelle Vielfalt, die sie an Bord bringen. Die Crew ist ein Mikrokosmos der Welt, mit Mitgliedern aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die zusammenarbeiten, um eine einzigartige Erfahrung für die Passagiere zu schaffen. Dann sind da die unerwarteten Begegnungen und Ereignisse, die sich hinter den Kulissen abspielen. Von spontanen Feiern in den Crewbereichen bis hin zu den kleinen Heldentaten, die notwendig sind, um unvorhergesehene Probleme zu lösen – diese Momente sind oft unbekannt für die Passagiere, aber sie sind es, die das wahre Herz eines Kreuzfahrtschefes ausmachen. In diesem Kapitel erkunden wir die verborgenen Welten und Geschichten hinter den Kulissen eines Kreuzfahrtschefes. Es ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des Engagements der Crew und eine Einladung, über die glänzende Oberfläche hinaus zu blicken und die wahre Essenz des Kreuzfahrtlebens zu entdecken. Kapitel 44 – Das Labyrinth der Bordbibliothek Bücher und Verstecke Im 44. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen erkunden wir die verborgene Welt der Bordbibliothek, einen Ort, der Ruhe und Abenteuer inmitten des lebhaften Treibens eines Kreuzfahrtschefes bietet. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Humorwollenblick die einzigartige Atmosphäre der Bibliothek, die nicht nur eine Sammlung von Büchern, sondern auch ein Refugium für diejenigen darstellt, die eine Pause vom Trubel suchen. Stellen Sie sich einen gemütlichen Raum vor, umgeben von Regalen voller Bücher, die Geschichten aus aller Welt beherbergen. Die Bordbibliothek wird zu einem Mikrokosmos innerhalb des Schiffes, in dem die Zeit anders zu fließen scheint. Hier finden Leseraten und Ruhesuchende einen Zufluchtsort, der vom geschäftigen Treiben des restlichen Schiffes abgeschieden ist. Doch das ruhige Ambiente der Bibliothek birgt auch seine komischen Seiten. Da gibt es die leisen, aber intensiven Territorialkämpfe, um den begehrtesten Lesesessel am Fenster oder die ungeschriebenen Regeln des angemessenen Geräuschpegels, die manchmal zu absurden Flüsterdialogen führen. Die Bibliothek wird zur Bühne leiser, aber amüsanter zwischenmenschlicher Dramen. Die Auswahl der Bücher selbst kann zu einer Entdeckungsreise werden. Von seetüchtigen Klassikern bis hin zu schuldigen Lesevergnügen finden sich auf den Regalen Werke, die sowohl den literarischen Geschmack bedienen als auch überraschende Leseabenteuer bieten. Die zufälligen Gespräche, die sich über ein geteiltes Interesse an einem Buchtitel entwickeln, können zu bereichernden Begegnungen führen. Und dann sind da noch die stillen Momente der Verbindung, wenn ein Passagier ein Buch hinterlässt, das er während der Reise beendet hat, als stillschweigendes Geschenk für den nächsten Leser. Diese kleinen Akte des Teilens und der Gemeinschaft verleihen der Bordbibliothek eine besondere Atmosphäre der Zugehörigkeit und des Austauschs. In diesem Kapitel erkunden wir die Bordbibliothek als einen Ort der Ruhe, des Humors und der unerwarteten menschlichen Interaktionen. Sie steht als Metapher für die Reise selbst einer Entdeckung neuer Welten, sei es durch die Seiten eines Buches oder durch die stille Beobachtung des Lebens an Bord. Kapitel 45 Die Paradoxie des Luxus zwischen Eleganz und Exzess Im 45. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen befassen wir uns mit der Paradoxie des Luxus, die sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes entfaltet. Dieses Kapitel beleuchtet, wie die Suche nach Eleganz und Exklusivität manchmal in die Absurdität abdriftet, und zeigt die komischen und manchmal widersprüchlichen Aspekte des Luxus auf hoher Sie. Stellen Sie sich die prachtvollen Salons und Suiten vor, die in schillerndem Glanz und opulentem Dekor erstrahlen. Für viele Passagiere ist der Luxus ein wesentlicher Bestandteil des Kreuzfahrterlebnisses, eine Flucht aus dem Alltag in eine Welt voller Glanz und Glamour. Doch dieser Luxus kann manchmal eine eigene Form der Komik entwickeln. Da sind zum Beispiel die extravagant thematisierten Dinnerabende, bei denen die Passagiere in ihren feinsten Gewändern erscheinen, nur um festzustellen, dass das Tragen eines Smoking- oder eines Ballkleides auf einem schwankenden Schiff seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Die eleganten Tanzabende verwandeln sich manchmal in amüsante Balancerakte. Dann gibt es die exklusiven VIP-Bereiche und Lounges, die eine Oase der Ruhe versprechen, aber oft zu Schauplätzen subtiler Rivalitäten und Statusspiele werden. Die Ironie, dass man auf der Suche nach Entspannung in eine Welt der unausgesprochenen sozialen Etikette eintaucht, entgeht einigen nicht. Die Luxusspaß- und exklusiven Boutiquen an Bord bieten eine weitere Ebene des paradoxen Luxus. Während sie Entspannung und Erneuerung versprechen, können sie manchmal zu Orten des Konsums und der Übertreibung werden, wo das Erlebnis des Kaufens oder der Behandlung fast wichtiger wird als das Produkt oder die Dienstleistung selbst. In diesem Kapitel erkunden wir die Paradoxie des Luxus auf Kreuzfahrtschiffen. Es ist eine humorvolle und nachdenkliche Betrachtung darüber, wie der Wunsch nach Eleganz und Exklusivität manchmal zu überraschenden und widersprüchlichen Situationen führt, und eine Erinnerung daran, dass wahrer Luxus oft in den einfachen Freuden und Erfahrungen zu finden ist. Kapitel 46 Die Melodie des Meeres Musikalisch Momente an Bord Im 46. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen tauchen wir in die Musikalisch-Welt an Bord ein. Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Musik auf dem Schiff, von live gespielten Melodien bis hin zu spontanen Gesangseinlagen der Passagiere, und zeigt auf, wie Musik das Kreuzfahrterlebnis bereichert und manchmal unerwartete Wendungen nimmt. Stellen Sie sich die verschiedenen musikalischen Szenarien vor, die sich auf einem Kreuzfahrtschiff entfalten. Da ist der Pianist in der Lounge, dessen sanfte Melodien eine entspannte Atmosphäre schaffen, während Gäste Cocktails genießen und Gespräche führen. Seine Klänge bilden den Soundtrack für viele unvergessliche Abende an Bord. In einem anderen Bereich des Schiffes sorgt eine Liveband für Stimmung, spielt tanzbare Hits und bringt die Passagiere dazu, sich auf der Tanzfläche zu versammeln. Diese Momente sind voller Energie und Lebensfreude, und oft sind es gerade die Tanzabende, die bei den Gästen in besonderer Erinnerung bleiben. Doch Musik an Bord ist nicht nur Sache der Profis. Karaoke-Abende, bei denen Passagiere die Chance bekommen, ihr Gesangstalent, oder dessen Fehlen, unter Beweis zu stellen, sind oft Quellen großer Heiterkeit und Überraschungen. Die hemmungslose Freude und manchmal auch der Mut zum Peinlichen machen diese Abende zu einem Highlight für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Dann gibt es die unerwarteten musikalischen Momente, wie das spontane Singen der Passagiere bei einer Poolparty oder die improvisierten Gem-Sessions, bei denen sich musikalisch talentierte Gäste und Crewmitglieder zusammenfinden. Diese spontanen Ausbrüche von Musik zeigen, wie sehr Melodien Menschen verbinden und die Stimmung an Bord heben können. In diesem Kapitel erkunden wir die vielfältigen musikalischen Momente an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Es ist eine Anerkennung der Kraft der Musik, Menschen zusammenzubringen, Freude zu bereiten und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, sei es durch professionelle Darbietungen oder durch die spontane Freude am gemeinsamen Musizieren. Kapitel 47 Die Verwicklungen der Kreuzfahrtromantik Liebe auf Horsi Im 47. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen widmen wir uns den romantischen Verwicklungen, die sich oft an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ergeben. Dieses Kapitel beleuchtet mit einem Augenzwinkern die Flirts, Romanzen und manchmal komplizierten Liebesgeschichten, die zwischen Passagieren und manchmal auch zwischen Passagieren und Crewmitgliedern entstehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Schiff, umgeben von der Weite des Ozeans, und die romantische Atmosphäre führt zu unerwarteten Begegnungen. Von flüchtigen Blicken über das Abendessen bis hin zu tiefgründigen Gesprächen unter dem Sternenhimmel Die Kreuzfahrt bietet einen perfekten Hintergrund für das Entflammen neuer Romanzen. Doch die Liebe auf Horsi kann auch ihre Tücken haben. Die befristete Natur einer Kreuzfahrt setzt Beziehungen unter einen besonderen Zeitdruck und führt manchmal zu wirrwindartigen Romanzen, die so schnell enden, wie sie begonnen haben. Gleichzeitig gibt es Geschichten von langanhaltenden Beziehungen, die auf einem Schiff ihren Anfang nahmen und über die Reise hinaus Bestand haben. Die Crewmitglieder spielen oft eine unbeabsichtigte Rolle in diesen romantischen Szenarien. Ihre Professionalität und Freundlichkeit können manchmal fälschlicherweise als romantische Interessen interpretiert werden, was zu Missverständnissen und manchmal peinlichen Situationen führt. Dann gibt es die lustigen und herzerwärmenden Momente, wenn Passagiere an Bord Heiratsanträge machen oder Jubiläen feiern. Diese Ereignisse werden oft zu Höhepunkten der Reise und ziehen die Aufmerksamkeit und guten Wünsche anderer Gäste auf sich. In diesem Kapitel erkunden wir die vielfältigen Facetten der Kreuzfahrtromantik. Es ist eine humorvolle und manchmal nachdenkliche Betrachtung der Art und Weise, wie Menschen auf Reisen zueinander finden, sei es für einen flüchtigen Moment oder für eine lebenslange Verbindung. Kapitel 48 Die Herausforderungen des Bordlebens zwischen Enge und Freiheit Im 48. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen des täglichen Lebens an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Dieses Kapitel beleuchtet die Balance zwischen der empfundenen Enge in den Kabinen und öffentlichen Bereichen und dem Gefühl der Freiheit, das das weite Meer bietet. Stellen Sie sich das Leben in einer Kabine vor, die oft nicht viel größer als ein kleines Hotelzimmer ist. Für viele Passagiere ist die Anpassung an den begrenzten Raum eine Herausforderung, besonders wenn sie es gewohnt sind, zu Hause mehr Platz zur Verfügung zu haben. Die Organisation des persönlichen Raumes wird zu einer täglichen Aufgabe, bei der jeder Quadratzentimeter zählt. Dann gibt es die öffentlichen Bereiche des Schiffes, die Decks, Lounges und Restaurants. Während sie tagsüber und abends belebte Treffpunkte sind, können sie in Spitzenzeiten überfüllt und laut werden. Die Suche nach einem ruhigen Platz oder einer freien Liege wird manchmal zu einem kleinen Abenteuer. Doch trotz der räumlichen Einschränkungen bietet das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff auch Momente der Freiheit und Weite. Das Stehen an der Reling und das Blicken auf das endlose Meer lässt die Grenzen des Schiffes verblassen und schafft ein Gefühl der Unendlichkeit und Ruhe. Für Familien und Gruppen bringen die räumlichen Gegebenheiten eigene Herausforderungen mit sich. Das Koordinieren von Aktivitäten und Mahlzeiten, das Teilen von Badezimmern und das Aushandeln von Privatzeiten in der Kabine erfordern Geduld und Flexibilität. In diesem Kapitel erkunden wir die Dualität des Bordlebens, die Enge und Einschränkungen einerseits und das Gefühl der Freiheit und weiter andererseits. Es ist eine Betrachtung der alltäglichen Herausforderungen des Lebens auf einem Kreuzfahrtschiff und der kreativen Wege, wie Passagiere und Crew diese meistern. Kapitel 49 Die Komödie der Themenabende eine Nacht voller Kostüme und Charaktere Im 49. Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen tauchen wir in die bunte und oft humorvolle Welt der Themenabende ein. Diese speziellen Nächte an Bord bieten den Passagieren die Gelegenheit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und Teil einer ausgelassenen, manchmal skurrilen Feier zu werden. Stellen Sie sich einen Themenabend vor, beispielsweise eine 80er-Jahre-Party oder eine tropische Nacht. Die Passagiere erscheinen in lebhaften Kostümen, manche in detailreichen Outfits, die sie speziell für diese Gelegenheit mitgebracht haben. Andere improvisieren mit den Mitteln, die sie an Bord finden, was zu einer Reihe kreativer und manchmal komischer Verkleidungen führt. Die Crewmitglieder, oft selbst in Themenkostümen, tragen zur Atmosphäre bei, indem sie passende Musik spielen und für Unterhaltung sorgen. Das Schiff wird zu einer Bühne, auf der jeder Passagier zum Darsteller wird. Von Tanzwettbewerben über Kostümwettbewerbe bis hin zu themenbezogenen Spielen der Abend ist gefüllt mit Aktivitäten, die Lachen und Gemeinschaftsgefühl fördern. Doch nicht jeder ist ein Fan dieser thematischen Ausgelassenheit. Manche Passagiere bevorzugen es, als Zuschauer am Rande zu stehen, amüsiert oder manchmal auch verwirrt von der Extravaganz um sie herum. Diese Beobachterrollen bieten eine eigene Form der Unterhaltung, da die Reaktionen der Zuschauer oft genauso interessant sind wie die Darbietungen selbst. Trotz der Unterschiede in der Beteiligung sind diese Themenabende oft Höhepunkte der Kreuzfahrt. Sie bringen Menschen zusammen, schaffen unvergessliche Erinnerungen und bieten eine Flucht aus dem Alltäglichen. Die Freiheit, in eine andere Rolle zu schlüpfen und Teil einer fröhlichen Gemeinschaft zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil der Anziehungskraft dieser Abende. In diesem Kapitel erkunden wir die Welt der Themenabende auf Kreuzfahrtschefen. Es ist eine Betrachtung der Freude, des Humors und der manchmal absurden Momente, die diese besonderen Nächte mit sich bringen, und eine Feier der Kreativität und des Gemeinschaftsgefühls, das sie fördern. Kapitel 50 Der Abschied vom Meer Die letzten Stunden einer unvergesslichen Reise Im 50. und letzten Kapitel unserer Kreuzfahrterzählungen reflektieren wir über die letzten Stunden an Bord und die gemischten Gefühle, die der Abschied vom Meer und von der einzigartigen Welt des Schiffes mit sich bringt. Dieses Kapitel beleuchtet die besinnlichen und emotionalen Momente, die das Ende einer Kreuzfahrt prägen. Stellen Sie sich die letzte Nacht auf dem Schiff vor. Das Meer scheint ruhiger, der Sternenhimmel klarer und die Luft gefüllt mit einer Mischung aus Melancholie und Dankbarkeit. Passagiere und Crewmitglieder teilen letzte Gespräche, tauschen Kontaktdaten aus und machen Pläne für zukünftige Begegnungen. Jeder Abschied wird zu einem Symbol für die vergängliche Natur dieser schwimmenden Gemeinschaft. Die letzten Stunden sind auch eine Zeit des Innehaltens und der Reflexion. Viele Passagiere blicken zurück auf die Erlebnisse, die Freundschaften, die sie geknüpft haben, und die Orte, die sie besucht haben. Es ist ein Moment, um die Freuden und Entdeckungen der Reise zu schätzen und vielleicht auch über die Rückkehr in den Alltag nachzudenken. Für manche ist der letzte Abend an Bord eine Feier. Die letzten Shows, das Abendessen und die geselligen Runden an den Bars sind geprägt von einer ausgelassenen Stimmung, als wolle man jeden letzten Moment auskosten. Für andere ist es eine ruhigere Zeit, geprägt von stillen Spaziergängen an Deck und dem Blick auf das endlose Meer. Der folgende Morgen bringt das endgültige Erwachen aus dem Traum der Kreuzfahrt. Koffer werden gepackt, letzte Blicke werden auf das Meer geworfen, und langsam sammeln sich die Passagiere, um das Schiff zu verlassen. Der Gang über die Gangwee zurück zum Hafen ist ein Übergang zurück in eine andere Welt, begleitet von dem Gefühl, etwas Besonderes hinter sich zu lassen. In diesem Kapitel erkunden wir den Abschied vom Meer und das Ende der Kreuzfahrt als einen Moment des Übergangs und der Erinnerung. Es ist eine Würdigung der Erfahrungen, der Freuden und der Gemeinschaft, die das Leben auf einem Kreuzfahrtschiff ausmachen, und eine Betrachtung der süßen Wehmut, die mit dem Abschied einhergeht. Epilog Die Reflexionen einer Reiseabschied von der schwimmenden Welt Im Schlusskapitel unserer Kreuzfahrterzählungen nehmen wir uns einen Moment, um zurückzublicken und die vielfältigen Erfahrungen, Emotionen und Erkenntnisse zu reflektieren, die die Reise geprägt haben. Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung und Würdigung der unzähligen Momente, die zusammen das einzigartige Erlebnis einer Kreuzfahrt ausmachen. Die Kreuzfahrt, die einst als eine Reihe von Destinationen begann, hat sich in eine Reise voller Geschichten, Begegnungen und Entdeckungen verwandelt. Jeder Hafen brachte neue Abenteuer, jede Begegnung neue Perspektiven und jedes Abendessen neue Geschmacksrichtungen. Die Reise war nicht nur eine Fahrt über das Meer, sondern auch eine Reise durch Kulturen, Geschichten und menschliche Beziehungen. Wir erinnern uns an die Heiterkeit der Themenabende, die Wärme der neu geknüpften Freundschaften und die kleinen Herausforderungen des Bordlebens, die oft zu den unterhaltsamsten Geschichten führten. Die Crewmitglieder, stets im Hintergrund, aber immer präsent, waren die unausgesprochenen Architekten dieser Erfahrungen. Die Seta geboten Zeit zur Reflexion, zur Ruhe und manchmal zur Konfrontation mit der eigenen Langeweile Momente, die uns daran erinnerten, wie wichtig es ist, innezuhalten und das Hier und Jetzt zu schätzen. Die lebhaften Nächte des Theaters, der Musik und des Tanzes waren ein Kontrast dazu und spiegelten die vielfältigen Facetten des Lebens wieder. Während wir uns von der schwimmenden Welt des Schiffes verabschieden, nehmen wir nicht nur Souvenirs und Fotos mit, sondern auch Erinnerungen und Erfahrungen, die uns verändert haben. Die Kreuzfahrt war mehr als eine Sammlung von Reisezielen, sie war eine Entdeckung der Freuden, Herausforderungen und Überraschungen, die das Reisen mit sich bringt. In diesem Schlusskapitel zelebrieren wir das Ende einer außergewöhnlichen Reise. Es ist eine Hommage an die Momente, die uns zum Lachen und manchmal zum Nachdenken brachten, und eine Anerkennung der unvergesslichen Erfahrungen, die wir auf dieser Kreuzfahrt gesammelt haben. Der Autor Christoph Schlingkamp ist Portfolio Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft SA und Vorstand der DVFA. Er ist Herausgeber von Fachbüchern zur Kapitalmarktanalyse und Autor zahlreicher Fachpublikationen und verfasst seit einigen Monaten auch Kinder- und Sachbücher.